Einen neuen Stream, Fortnite. Gerade war das Live Event, da kann man über Playstation leider nicht streamen, was leider doof ist. Und deswegen schmeiß ich direkt danach ein und hab's aufgenommen, weil man nicht streamen kann. Ich weiß nicht wieso. Also direkt über Playstation, also über die Share-Taste kann man nicht streamen. Ich hab ne Solo-Runde gestartet und weil ich faul bin, Alter, ich will diesen Emote haben. Der ist irgendwas legendäres, aber ich weiß nicht was. Hab aber keinen Plan. Ich hab Bock da hinzugehen. Du weißt, was ja nur heute drin ist, oder? Was? Na, No Sweat, der Emote. Den gibt's nur heute. Ja, weil es nämlich der Part von Finale und Showdown. Und die anderen auch, diese Schilder und so. Ja. Ja. Also heißt das eigentlich auch, dass Dings dann aus diesem einen Mave Event dann auch nicht mehr gibt's diesen einen Emote da? Ja. Du weißt doch, wo dieses eine Avengers Event war da. 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 Der verlässt immer wieder und geht dann wieder rein. Seine Internetverbindung kackt immer ab. Leider. Schau ihn gerade mal. Internet. Ich hab für ne halbe Sekunde mein Handy angemacht, sofort gegen das Internet weg. Okay. Soll ich dir sagen, wie es bei mir ist? Ich versteh's nicht, aber bei meiner Box ist es so, umso mehr Geräte verbunden sind, umso besser läuft es in Fortnite. Also O2, was ihr da gemacht habt, weiß ich nicht. Also wenn ich nur Playstation verbunden hab, kackt das sofort ab. Verbind's dich dann einfach gar nicht. Soll ich dir das einfach gar nicht. Oh, und das ist so, wer ja? Okay. Let me just to check, umso herein. Oh, ich weiß nicht? Okay. Also, ich weiß nicht. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay? Was? Was? So, guckst du wieder deine Videos, Paul? Du weißt, was ich weiß, denn... Solang es nicht ge-copyrightet, darfst du alles machen, okay? Ist das ge-copyrightet, Paul? Nein, weißt du, was das geilste ist? Weißt du das denn, äh, weißt du, ich glaube, genauso fühlen sich meine Nachbarn, wenn ich Hardbass höre. Weißt du, der hat nämlich ganz haute Musik und die Frau bewegt sich einfach richtig hart. Cops. Ich will nur Sweater, Malta. Wow. Wieso verstecke ich mich, wenn mir jemand einen Sima-Hit gibt? Wieso, ich mach das nochmal keine Copy... Mann, DJ! Hier keine Copyright-Musik. Ist klar, er gibt mir den To-Pump. Ich bin doch lost, Paul. Schreib's, ich bin der losteste Fortnite-Spieler der Welt. Mein Handyalter! Ja! Das ist keine Copyright Musik! Wirklich? Zum Glück! Kannst mal was Fressezern machen als ohne Scheiße! Dann mache ich den Copyright Musik an, ist mir doch scheißegal! Werkt die Fresse vor mir? Merkt eh keiner! Und jetzt startet der Match! Paul macht bereit! Ja! Paul, mach einfach Copyright Musik an, ist mir egal! Und mach bereit! Und mach bereit! Ja! 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 Das schaffe ich nicht mehr! Paul! Ich bin nur unter! Ich hab wirklich! Ich weiß... Die sind für kurze Zeit verfügbar, auch in Sohn und Duomatches. Gib mal, ich will keinen Fallschaden bekommen. Aber, oh Mann, jetzt habe ich schon die Energie verbraucht. Voll idiot. Weil ich kurzzeitig geflogen bin. Why you bullied me? Spaß. Why you bullying me? You fucking bitch, why you bullying me everyone else? Was denkst du, schaffe ich denn Wettepass noch Max oder nicht? Ich glaube nicht. Nein. Ich habe nur den in Clash Royale bis jetzt geschafft. Komm halt die Fresser. Wir sind hier nicht in Clash Royale. Wir sind hier in Fortnite. Ja. Bestes Spiel auf Erden. Paul, ich habe in Clash Royale eine Karte, die erst in 20 Tagen rauskommt. Herausforderung. Was ist jetzt hier in Clash Royale? Juckt aber keinen, stimmt? Ne, juckt aber auch davon. Lol, wieso liegt einfach neben einem Baum unten, einfach so ganz unspektakulär, neben einem Baum einfach Airdrop, das Einzige mit dem ich mich verteidigen kann. Geil, ich müsste jetzt die Gegner mit dem Airdrop angreifen. Ach, ne Waffe. Wow, ne Pistole. Ne blaue AR. Wo? Hier. Blaue AR. Komm mal mit hier runter. Das ist ja viel schlechter als ne blaue AR. Nur ich habe etwas Goldenes gefunden. Goldene Pumpe. Ja, ist klar. Und ich muss hier mit so grünen Waffen. Was ist denn gerade mit dem Ding los? Wir sind wohl da. Ich bin froh, dass ich keinen Schaden genommen habe, dann kriege ich dich. Da ist ne Tobi Gun. Brauche ich nicht. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich keinen Schaden habe. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mich überrascht habe. Und ich bin froh, dass ich mich zu ihnen war. Ich bin froh. ich glaube ich habe gerade den schaden genommen bei mir ist noch das seil dran ja und soll ich dir sagen paul was das dumme ist nur ein auf ganz dumm mein jetpack ist kaputt weil ich geflogen bin mit dem hier dran ist der jetpack kaputt gegangen der ist sofort kaputt gegangen und ich habe 25 voll schaden bekommen hat sich echt gelohnt oder Tom komm schnell her er hat verloren aber ich finde vom schild her sieht das team monster ding besser aus direkt bei uns im loop ja natürlich ja komm du pussi bist du ja nichts können alter habe ich wenigstens einen gekillt von den beiden nein der trop ist echt scheiße aber ich muss irgendwie noch ein bisschen besser bauen werden wir wollen wir noch mal schnell links gehen kreativ wollen wir uns erst mal ein bisschen bauen üben nicht so battle mäßig sondern einfach nur üben das war besser bauen kann schon gut bauen weil ich werde eh ein paar stunden fortnite spielen noch kann ich eigentlich jetzt streamen ich stream schon längst seit einer viertel stunde wie lange streamst du jetzt dann zehn stunden vier zehn zehn wollen wir wirklich nein flüge doch nur ich bin vielleicht drei vier fünf stunden ja welchen freund habe ich gerade gesehen ach so monat wow wow Paul soll ich dir mal was zeigen was echt unlogisch ist was sich hier echt lohnt guck mal du siehst ja das hier das heißt DÖR hast grad gesehen und das DÖR Burger ja und das DÖR Burger sind irgendwie fast Fleisch oder ich esse jetzt Pungit White Fashion Indian Chicken Tikka Masala ich wusste doch schon dass du so ein Türke Türke bist was denn ich esse irgendeine Pungit Sorte Türke die ich nicht kenne ne ich sei ein Türke da steht Indien drauf doch wir sind ein Indianer wir sind ein Indianer hehehe 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 hehehehe hehehe ich hab schon wieder diesen einen Hammer aber Paul Dings ist gesperrt ja man kann nicht auf die Battle Royale Karte man kann nicht auf die Battle Royale Karte war es die Map wo wir eigentlich wo wir mal ein Video gemacht hatten glaube ich ne das hab ich mal mit dem YouTuber gespielt ich war doch da auch mal drin ich glaub wir hatten schon mal das dauert ja auch irgendwie zwei Stunden in dieser Map wo wir dann alles voll gebaut haben ich kann grad mal so gar nicht tun und ich? du auch nicht sorry bin ausgerutscht du hast Fallschaden aus du Hurensohn ich hab grad etwas getestet ich glaub jetzt krieg ich's nicht mehr hin komm nachher komm nachher komm nachher komm nachher doch vor sich komm nachher hab ich das grad richtig gesehen? ja ich bin mit der Rakete runter geflogen warte so muss ich machen ich kann halt die 90s richtig gut Thank you Mr.Boot Nur am runterschüssen der Wechter Junge hör auf, ich dachte wir wollten nur bauen Ja ich hör jetzt schon auf Alter wie war das denn Du Bussi alter Als C spiel mit der anderen und hab's denn du spielst mit der Bussi gehofft Ich hab aber auch gut gespielt Nein 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 Aber schön, oder? Fuck, schade, krass. Komm nicht in der Luft. In der Luft gibt es Karma. Dein Ernst? Wieso hast du einen Kathetenwerfer noch mal ausgewählt gehabt? Ich weiß nicht mehr wieso. Ich glaub, weil wir den einen, der da in der Lobby war, abfacken wollten oder so. Stimmt. Nee. Hab ich ja mit YouTuber gespielt. Nein, wir waren... Stimmt, der war Phoenix Gamer, wo wir dann mit... Wo ja noch den Namen Real Gamer hatte. Wenn ich gerade meine geilen Sachen bauen will. Okay, die müssten gut. Was sagst du, wie bin ich so im Bauen? Scheiße. Okay. Komm runter. Nein. Du voll Idioter, Alter. Weißt du, du schießt dich auch noch selbst ins Gesicht. Ich bin klar. Nein, ich bin klar. Ja, ich bin klar. Ich bin klar. Ja, ich bin klar. Ich hab doch gesagt, ich bin los dem Weiß live, auf jeden Fall kann ich meinen Kanal in den Wegwerfen. Weißt du, Torben, du darfst nicht in diesen Spielen ausrasten, ich will dich noch als Freund behalten. Ich dachte, wir sind dann noch als Freund, auch wenn ich ausraste und... Weißt du, Torben, schau dir nochmal diese Nineties an. Das sind keine Nineties. Das sind Rampus. Paul, soll ich dir sagen, wie ich mache? Das sind Nineties. Paul, guck mal, ist das bei mir los, wie ich mich baue? Was war das denn? Wolltest du's? Wolltest du's? Nein! Ich dachte, die fliegt weiter! Jetzt, Paul, mach mal kurz Kampfstopp. Dein Ernst, willst du mich gleich vergewaltigen? Daumen des Streams. Was? Des Streams. Paul, nicht angreifen. Ich will nur zeigen, wie scheiße ich dem Nineties bauen bin. Ich muss noch versuchen, das ein bisschen zu schneller zu können. Und ohne... Das macht mir so weh ich. Du musst noch versuchen, ohne zu springen, das zu schaffen. Ich bring grad kein bisschen. Ich bring grad gar nicht. Ich auch nicht. Und jetzt hab ich mich eingebaut. Du bist tot. Du bist tot. Du hast schild. Glück. Glück. Nur weil du schild hast. Stimmt. Hä? Kannst du dir auch finden? ja fick dich doch und was sagst du jetzt zu meinen aim ja scheiße soll ich dir mein gutes aim zeigen junge bauder du vollidiot zum thema gutes aim ich hab dir 90er handy gegeben aber rechtlich schnauze aber mehr aufnet ja ich bin ja auch los weiß ich muss immer sagen das ist jetzt hier der neue ding fest ist dann der neue trap falle muss auch mal versuchen ich verlerne aber meinen eigentlich nie ich bin gelacht weißt du torben da muss ich sagen das mein lieben fische hätten wir alles gemeint meine lieben torben das was man wieder kommt los ich bin einfach kein raketenspiel spieler das hat gerade alles ausgesagt ich brauche er sollte damit was ich besser spielen kann und was dann boom bau oder sniper oder sowas ja schieb mich halt runter du wirst du musst mal versuchen mich mit einer ding strafe du musst nicht mal versuchen mit der ding zu können mit dem kann einfach war ja du musst warte tauben ich zeig dir das mal also nein tauben ich töte dich nicht also du musst versuchen ein gegner so ein zu sterben also so dein gegner einzusperren du musst deine raketen schießen und dann musst du sofort dich rüber bauen mach halt nichts dagegen mach halt nichts dagegen torben rassen mich aus das war meine schuld ich werde dir noch besser denn mehr zu oh man ich hab nicht nach hinten geguckt alter ich hab grad einfach mal so getroffen ja okay ich kann auch nochmal wieder schnell nach oben oh sorry ich hab ich dir schaden gemacht oder nein gar keinen schaden aber schon knapp oder also bin ich doch so los wie ich dachte nein du bist nicht los du triffst halt einfach nicht ich werde dir jetzt mal so nötig doch mal wachsen aber oh man danke du hast die boden von dir mir zuerstörten Jetzt mache ich in Gebäude Ninetease für dich, aber du musst auf dem Weg alles zerstören. Du musst dir das mal so vorstellen, einfach in deinem Gebäude Ninetease. Das mache ich gerade. Weißt du, wie schwer das ist? Ich treffe dann, dass es nicht abfrischt. Sorry. Dein Ernst? Ich beschreibe mein Leben mit einem Wort. Lost. L-O-S-T. Ey, Paul, lass uns beide auf diesem Ding die ganze Zeit rumhüpfen und versuche uns mit Granatenwerfern gegenseitig zu... ...ohne bauen. Wow. Außer man verkackt es so schon. Wow, also... ...ja, ich bin lost. Ich denk's dann hier. Nein, Tauben, man muss aber noch dazu sagen, dass haben wir wieder hart viel Glück. Hart viel Glück, Junge. Das ist einfach nur, weil ich lost bin. Halt die Fresse, Tauben. Wenn du das sagst, dann kommt bei mir, Karma. Ich fange an, Karma. gefasst genau in mir dringend explodiert wegen der reichweite oh mein gott warte mal versuchen meine nach hier oben so eine rocke zu schießen ich versuche 3 2 1 schießt du bist doch so ein vollidiot alter was du schießt direkt gegen die kante ich hab jetzt ein bisschen über der kante heißt das was ich starten soll was ich bin einfach im moment gesprungen auf der rocke gelandet zwischen und rocket rights versuchen 3 2 1 du schießt direkt auf dem boden vollidiot mit absicht was denn gestalten sagt die wahrheit ja ich stand scheiße ich soll bei dir machen dann das richtig machen man muss auf einer kante für rocket white sein daran gedacht nein muss man nicht muss man nicht und du wirst eh gegen diese wand da geknallt paul du wirst eh gegen diese wand geknallt je nach je nach da vorne auf dieser plattform rauf weil so ein scheiße ist nein du musst heute nach da gehen das ist jetzt aber kam er noch von vorhin kein ernst und wieso bekomme ich dann die ganze bei mir wird angezeigt dass ich munition bekomme wenn du mich killst läuft ne warte mal tauben jetzt machen wir so wie tief die und ninjas auch machen du musst einfach jetzt hier springt ne warte mal tauben du musst schneller machen eliminiert wollen mit meiner falle danke jetzt komm her nein auf diesem fernfeld du musst weiter nach oben schießen jetzt komm her tauben jetzt komm her tauben ich höre dich nicht jetzt komm her tauben ich habe verstanden ich töte ich versuche dich nur manchmal in der luft schon irgendwie zu treffen auch wenn es schwierig ist so tauben komm komm jetzt direkt vor mich du musst einfach jetzt springen drei zwei eins go nein hüpfe einfach im takt drei zwei eins du musst nichts zu sagen du musst nichts zu sagen du musst nichts zu sagen es ist schon nicht so okay ich bin mir zu so früh Ich bin aus dem Motto geflogen leider Was denn? Goodbye Kreativmodus Warum? Oh man, wir haben einen Bug gefunden wie wir auf die Bette Royale Insel können Nein Tom, komm wieder zu mir rüber Bei mir wird deine Insel ge... Paul, und soll ich sagen was das dumme ist? Gratis eigentlich Spielwiese und so deaktiviert Die Bette Royale Karte ist für ein Kreativ und Spielwiese Modus gerade deaktiviert Weißt du das? Weiß ich Nein! Wenn ich die... Paul Wenn ich gegen diese Kante komme Gegen die Wall Gegen die Wand Sterbe ich direkt Jetzt musst du bei mir zuschauen Ja So, diesmal meine Walls gilt Und was mach ich jetzt? So, jetzt erst mal meine Walls gilt Ich muss jetzt zurück zum Zentrum Und dann in die Map rein zu kommen Ne, warte mal schau mir noch ein bisschen zu Ach man Bringt hier nichts Doch Ja What the fuck, wieso? Was hab ich gemacht? Hab ich so eingestellt Fick dich Für mich Tom, bist du zu mir und rausgegangen? Weil ich nicht im Zuschauer-Modus sein will. Ich habe gerade die Insel neu gestartet. Jetzt bin ich gerade aus, gerade tief rausgegangen. Sieht man. Paul. Ich schwebe irgendwie in der Luft und kann mich nicht bewegen. Es sind null Spieler in der... ... ist gerade drin. Wird hier angezeigt. Es sind null Spieler in der Lobby. Tut sie fair an, Neidverkehr. Oh mein Gott. Sie ist gerade richtig. Soll ich dir sagen? Es gibt einen Bug in der... Ich weiß jetzt, wieso man hier nicht auf die Battle Royale-Karte zugreifen kann. Die Map ist so, wie die vor dem Live-Event war. Hier. Oh. Deswegen kann man nicht zugreifen. Wo soll's, Bruder? Weil die vergessen haben, abzugraden. Abzugraden? Ich meine, die Map zu ändern. Weil es jetzt so wie vor dem Live-Event gerade war. Also... Der Schädel ist nicht da. Der Roboter ist noch lebendig und steht da an seinen alten Punkt. Das ist gut. Ach, jetzt ist Arena-Modus wiedergekommen. Hast du Back? Arena Duo? Warte mal ganz gut. Ich schau mir grad ein bisschen zu auspacken. Hashtag keine Werbung? Ne ist es ja nicht. Welchen Sieg soll ich nehmen? Welchen Siegleiter von diesen 7, 8 oder 9 nehmen? In welcher Liga bist du, Paul? Ich hab gar nicht mehr gespielt. Ich bin immer noch Anwärter Liga. Ich hab noch mal schnell etwas zum Trinken. Schade, dass man nicht über Fernseher irgendwie Getränke und so einander geben kann. Was machst du grad? Was machst du grad? In mein Mikrofon reinsetzen. Ach so. Ich verstehe. Und alles gut bei dir? Ja. Wie geht's dir? Abgefuckt. Ich hole nur mal schnell das Wasser. Welche Qualität? Alles! Leute, das kann der auch nicht. Ich weiß nicht wie lange das gebraucht hat. Eigentlich zwei Minuten oder so. Aber. Und daseste. Und das ist natürlich auch. Dibut. Ganz so. Ich mache das Widerstand. Alles! Und das ist alles! Und hier. Das ist einfach. Hmm. 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 Paul, dein Ernst. Was ist eigentlich mein wertvollster Skin, den ich hab? Gar keiner. Das kann nämlich keiner. Erstmal beide als Nosekin spielen. Und mit unserer wertvollsten Spitzhacke spielen. Und wer ist denn nun die wertvollste? Marshmallow? Ich mein, das ist die eisig. Wie heißt die? Oder auch so. Na, diese Eispitzhacke. Die eisige Hacke? Warte, zeig ich dir nochmal. Die. Ist die wirklich selten? Ich dachte, du meinst... Oh. Die. Hast du's grad gesehen? Nein. Wie bitte? Ich dachte, du meinst mit eisiger Hacke... Die hier. Ach mann. Wo hab ich den scheiß Emote? Achja. Glaub ich dir auch. Ich weiß nicht, was meine seltenste Spitzhacke ist. Glaubt ihr aus Marshmallow, oder? Bei die anderen... Vom Schatz-Event und so'n Scheiße. Ich hab zwei Grüße. Rosen. Schimmer. Fiese Streifen. What the fuck? Sieht fast aus wie die Standard. Paul? Ja? Ich bin's... Die Spitzhacke gibt's ja auch nicht mehr. Vielleicht weigern wir uns dann auf die Bühne zu gehen. Hast du's gesehen? Die spiel ich einfach jetzt. Die hier. Ohne Backpacking. Wieso ist mein Backpack auch so wertvoll? Mhm. Du weißt ja welchen ich an habe, oder? Mhm. Welcher Season gab's denn nochmal? Sechs? Sechs oder sieben? Ist das doch ein bisschen zu OG, sag ich mal? Ja. Gibt's den überhaupt noch? Da. Stimmt ja. Ich nehm einfach das... Das hier. Das hat man von... Hat man ja vor kurzem ja kostenlos bekommen. Das Skateboard. Also... Das ist nicht so wertvoll. Stimmt's? Paul? Hat man vor ein paar Tagen kostenlos bekommen das Skateboard? Oder vor zwei Wochen oder so. Aber trotzdem. Nämlich einfach das. Damit ich wenig irgendwas hab. Weil ohne Rücksack kann ich irgendwie... Wirksam Spiel irgendwie scheiße. Weiß nicht wieso. So. Ne Frage. Ist das Glück eigentlich so viele Waffenskins wie möglich ausgewählt zu haben? Paul? Ja, oder? Dass ich so... Dass ich meine Waffenskins immer noch so krank hab, eingestellt hab. Lohnt sich das? Soll man die denn... Weil... Die merken's doch dann. Wenn ich... Vielleicht bei einigen Kohlefaser Gold oder sowas aktiviert hab. Wie bitte? Waffenskins! Können wir doch auch sehen, die Gegner. Stimmt Waffenskins muss ich auch weg machen. Ne, muss ich eigentlich gar nicht. Die aus dem Battle Pass? Nachgedacht? Ich muss alle nur zum... Nur zum... Hitman machen. Äh... Zu diesen schwarzen. Spätzchen schwarzen. Ich hab... Ich hab alle... Ich hab alle meine Farben auf diesen schwarzen. Also von dieser Hitman-Mission. Ich hab's in Englisch. Ich hab's in Englisch. Ich hab's in Englisch. Ich hab's in Englisch. Ach, bitte. Von John Wick. Aus dem John Wick-Set. Ich nehm einfach überall verstohlenes Schwarz. Es sieht ähnlich aus. Es ist einfach komplett schwarz. Wow. Paul, soll ich dir sagen? Zwei Waffen-Skins, die fast genau gleich aussehen. Wow. Wieso besitze ich eigentlich beide? Paul. Ich habe zwei Waffen-Skins, die fast exakt gleich aussehen. Die sehen exakt gleich aus. Und was ist das? Boogieman und verstohlenes Black. Verstohlenes Schwarz. Sehen beide gleich aus. Wow. Hat sich echt gelohnt, beide ein Spiel zu machen. War auch echt schwer zu programmieren. Die gleiche Farbe. Stimmt's, Paul? Wirklich. Sieht exakt gleich aus. Mann. Nur dass das eine aus dem Battle Pass kommt und das andere aus kostenloser Herausforderung. Sonst ist beides gleich. Sonst ist beides gleich. Sieht beides gleich aus. So da hat sie die Epic Games Mühe gemacht, oder Paul? Zwei Waffen-Skins, die exakt gleich aussehen. Ich werde jetzt auf einer Waffenart einfach mal... Ich werde jetzt auf einer Waffenart einfach mal... Hier werde ich dann verstohlenes Schwarz. Hier werde ich dann verstohlenes Schwarz. Ich werde jetzt einfach nur... Auf... Auf Sturmgewehre werde ich... ...stahlen Boogieman machen. Und auf den anderen dieser verstohlenes Schwarz. Was denkst du, wird anders aussehen? Ich glaube nicht. Paul, starte. Mach bereit. Sturmgeweh macht bereit. Sonst finde ich hier noch Mumus an. Spaß. Mach bereit. Sonst quittig. Drei Christen komplett verhindert sind! Die glauben an alle quatschende Tore! Oh günstig. Aber schön, Murda. Alter, mein Cooper ist gar nicht wohl. Wie ist der objectiver? Gehen wir Leute? Hi! I'm the water out. Es ist vorbei Mr Maus. Die Zuschauer schalten alle weg. Und was? Kann man das schon tun? Nein! Vor allem! Hauptsache, ich war alles klar! Alles klar, wahrscheinlich. Das war's, Mädels. Der ist erst mal abgestellten. Tom, das Disney Jonas Brothers 3D ist aufmerksam. Es ist gescheitert. Und kostet Disney viele, viele Millionen. Und wieder einmal ist Micky angefisst und dreht durch. Ja, das ist mein Mann. Ihr seid alle aufmerksam, nicht zu meinem Feindiger. Das ist der Grönscheidsringprojekt. Wie die Gescheiße ist das denn? Oh, und wenn? Wo wollen wir landen? Okay. Das ist einfach gerade genau 20 Uhr. Oh, wie gruselig. Ich will um 3 Uhr nachts aber wegen Gruselfaktor offline gehen, okay? Spaß. Oh, gruselig. Ist gerade irgendwer auf deinem Stream? Nee. Schade. Dann hast du eigentlich schon die Aufnahme genommen? Meinst du wegen dem Live-Events? Die werde ich morgen hochplanen. Nee, ob du das Video schon gelingt hast, äh... aufgehört hast, aufzunehmen. Du weißt, dass wir, dass hier Gegner landen? Bloß gesagt. Ich hab mir gedacht, ein Gegner. Es sind hier aber auch Gegner landet. Es sind hier aber auch Gegner landet. Einfach nur, du darfst gar nichts dran. Damit du so aussiehst, als wärst du ein Noob. Sieht aus, als wär ich ein Noob, wenn ich so richtig grad rennt, schwitze? Mir ist es egal, ob du rennst. Ich will einfach nur, dass du, äh... Warum wirst du nicht sterben? Ich lebe noch. Wieso? Weil ich einfach Angst habe, dass du verreckst. Paul? Soll ich einfach Fallen verstecken? Nice, hier ist ein Fortbyte. Cool. Trinkt dir aber nichts. Wow. Paul? Schild für uns beide, freust dich? Geil. Danke. Für den Upgrade auf weiß, auf blau. Paul? 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 Lass mal versuchen, hier in dir das zu reißen. Heißt du, ich bin beide eigentlich nur noch den Schnitzer, bei mir? Bei mir? Bei mir? Bei mir, ich bin tot. Ja, da kann ich da weg. Was? Hä? Seit wann macht diese eine Scheißwaffe so viel Schaden? Welcher? Dieser eine Scheißpumpgang da. Diese graue da. Die hatte ich. Nee, er hat die ganze Zeit auf mich geschossen, der eine hatte die auch. Ach so? Der andere. Ja, die dummen Hurendöner, die können doch gar nichts. Sind wohl anscheinend besser als wir? Paul? Fällt das auf, dass ich keine Ausgaben habe? Du musst dein Skin ändern. Wieso? Keine Ausgaben. Woll ich Backpack noch wegmachen? Ja, damit ist dann eher Backpack wieder noch weg. Und ist mein Fallschirm eigentlich auch auffällig? Ja, du musst auch noch den Skinner ziehen. Weil Sieggleiter von Season 7, ist das auffällig? Ja. Soll ich Sieggleiter von Season 9 nehmen oder den rettet die Weltgleiter? Akana gab's noch mal kostenlos. Das ist mein Hund. Ich nimm einfach gar keinen. Ich mach Party, alle kommen. Aber Falleffekt ist scheißegal. Da kann ich ruhig einen aus dem Bettepass haben. Nein, glaubst du auch nicht. Oh Mann, das sehen die doch eh nicht. Du achtest schon auf den Falleffekt. Und Spitzhacker soll ich auch ändern, oder? Ja. Auf Nosekin. Boah, duf. Jetzt müssen wir beide eigentlich noch Schnitzer haben und sind wir richtige Schwitzer. Oder dieser Comet Nosekin. Ja. Dieser Schwarzer. Oder Nosewet. Ich esse gerade Poyens mit Curry-Reis-Geschmack. Und warum? Mein Fernseher ist gerade ausgegangen. Und warum? Paul, du hörst mich? Ja. Mein Fernseher ist gerade ausgegangen. Ja, Paul. Ich hab mich auf die Fernbedienung gelegt. Völlig voll tot. Aber die Playstation ist super dick noch an. Ist klar. Torben, was hab ich zu dir gesagt? Ja, genau aus diesen Vierspieler. Oh nein, die Spitzhacke. Nein, die sind aus dem Bettepass. Schau mal, wie viele Nosekin's hier sind. Aus dem letzten Bettepass. Weißt du auch, warum ich Nosekin nehme? Ich will nicht noch mal verlieren, ich will meinen Halb nicht verlieren. Wo landen wir? Weil bis Mitternacht werde ich mindestens noch streamen. Äh, hier. Ich bin einfach jetzt schon rausgesprungen, weil du dich nicht so richtig entscheiden konntest. Genau jetzt auf meinem Screen ist so eine Scheiß-Motte. Okay. Piss dich. Soll ich demnächst mal Mobile-Games machen? Klisch, da hatte ich ja einmal gestreamt, weil mir langweilig war. Was? Anzeige. Soll ich, Paul? Hast du überhaupt auch deinen Dings? Du hast nicht deinen Hängengleiter gewechselt. Nee. Scheiße. Das ist der Gleiter, dass man überhaupt einen Sieg hatte. Stimmt's? Voll gut, ja. Ich lande ein bisschen seitlich beim Lama, okay? Ich bin hier vorne. Ich bin hier, weil hier ein direkten Automat ist. Erste Waffe, legendäre Scar. Der kauft. Ja. Kein Wunder. Weißt du, wenn er auch noch mit der legendären Scar verreckst? Ich schwör dir. Nächste Runde machen wir dann, wenn ich du wäre. Oh. Ja, wir können ja schon den Schiff machen. Nee, wenn du als erstes verreckst. Paul, du weißt ja. Wollen wir machen einfach zwölf Stunden Fortnite? Stimmt, es sind die mir Zuschauer. Zwölf Stunden Fortnite, Paul. Wollen wir durchziehen oder nicht? Ich darf's nicht. Ich muss heulen. Ich muss morgen noch mit meinem Opa. Und wie viel Uhr? Nachmittags. Dann bin ich die nächste ganze Woche ausgeplant. Oh. Ich hab ja erst in der Woche fehlt. Ich hab nächste Woche ne Schule. Und dann erst Ferien. Ich hab schon Ferien. Nug. Bayern ist immer als Letzter mit den Ferien dran. Aber ich, ich reiß dann auch weg. Also, goodbye Germany. Weißt du auch schon wohin? Kroatien. Nein. Oh. Du willst dich meinen Freundinnen sehen. Wirklich? Na, kannst du nicht mehr, Adela? Die wird nach Kroatien fahren? Wieso fett? Sie ist Kroatien. Oh. Vergessen. Ach, du Idiot. Ich bin mit dir zusammen. Da ist mal die Schnauze. Ich? Sorry, wusste ich nicht, weil... Ich bin nur an Russen gewohnt, verzeiht. Na, voll. Komm, komm, komm mit. Ja. Ich hab nur ein paar Metz noch geholt. Harry. Damit ich nicht komplett... Jerusalem. Du, guck mal auf die Zone. Fick dich. Was? Ich bin glücklicherweise Hähnegleiter. Ich nicht. Kannst du die irgendwie teilen? Ist das möglich? Nein. Nein. Es war mal eine Zeit lang möglich, dass man die Dinger teilen konnte. Man konnte es nie teilen. Doch. Nein. Wirklich nicht? Nein. Dann weiß ich mal los. Bist du immer noch. Woher weißt du das? Ey, ich hab die gefunden. Ich hab die jetzt selber 10. Was? Sollte ich ja noch gut. Ich hab eine legen leere Ska. Nö. Was anderes. Noch besser. Was auf meinem Rücken angezeigt wird. Jetpack. Vielleicht. Oh, erstmal fast die... Alter, ich hab gar keine... Ich hab gar keine Dings verbraucht. Was? Paul, brauchst du eine AK? Ach, wie schnell geht's mit dem Scheiß-Ding? Nein, die... Ähm... Ich werd grad schon sagen, Munition. Nein, die Zone kommt. Also müssen wir jetzt los. Heilige Wichse! Hast du gesehen schon, wo die Zone ist? Ich hab ja zwei goldene Sachen gezogen. Welche? Goldenen Revolver und goldene Pam. In einer Kiste. Nein, zwei. Paul, nochmal hängel die Ere. Bei uns hat's grad geblitzt. Du weißt... Du weißt, glaube ich, ich habe verblitzen. Soll ich dir sagen, was ich gefunden hab? Tom, ich weiß noch, als du mir mal gesagt hast, dass wir beide mal durch eine Atombombe verrecken. Hab ich's mal gesagt? Irgendwann kann ich noch von dir. Ja. Als wir beide noch so circa... Acht Jahre alt waren, hast du gesagt, die werden eh alle von einer Atombombe verrecken. Wirklich? Oh Gott. Ja. Weil der Trump Präsident war. Ach, wo er Präsident geworden ist. Oder wie? Ja. Paul, seht ihr eine kleine Maschinenpistole oder... Wow, Paul. Lama. Holt ihr die Metz aus Lama? Ich muss ja Skybase bauen. Ich hab Jumpert. Kommst du? Die Einer-Tex tun wir... Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht springen. Sofort Hengel-Gleiter ziehen. Ich bin nicht dumm. Also, so kenne ich mich auch mit Fortnite aus. So doll kennst du dich mit Fortnite aus. So gut meint ich. Ich hab irgendwie Angst, dass hier noch Gegner sind. Ach, nach vorne. Nicht antreten brauchen. Ups. Ein Snipe zu viel. Dumme Frage. Hab einen. Sind die eigentlich überall Gegner? Nee. Weil du... Weil du... Bei mir sind die, die... Den angreifen, den du grad angreifst. LOL. Hab den einen gefinisht. Bei mir sind noch zwei, glaube ich. Ist mir eigentlich egal, ob ich den Match nehme. Ich will einfach nur sein Festpunkt haben. Oh, hier vorne geil. Warte mal, sind vielleicht irgendwo Dings? Warte mal. Oh, direkt vorne. Hey, ich versuch mal, aus dem Ding hier zu snipen. Oh. Wortwörtlich direkt vor uns. Du bo... Hast du ihn? Der war finished, direkt, also. Schön. Ja, okay, dann war es wahrscheinlich sein, mate. Der war... Der war One Pump. Also... Ja. Ich nehm wahrscheinlich noch mal die Minis mit. Hast du noch welche? Ich kann die gerne mitnehmen. Sehr gut. Ich hab noch zwei. Von Not, aber... Äh, die Zone. Wir müssten uns mal gleich auf den Weg machen. Ich hab Hängegleiter. Lass nochmal nach ein paar Gegnern... Oh, direkt da da unten. Noch nicht anschießen, noch nicht. Noch nicht, warte. Lass mal lieber ein bisschen Sneaky rangehen. Ach, du hast ja die Sniper. Ja, jetzt die Pussys gehen nach oben. Nee, die gehen weg. Oh, schade, hab ich den jetzt getroffen. So, hinterher. Ich hab nur noch 16 Schuss-Sniper. Ach, grad schon, dass wer hinter mir gegangen ist. Och, hier sind richtig viele Mets gewesen. 100 Mets lagen da rum. Richtig viel. Äh, nee, hier. Danke. Und du rennst wieder in die Zone rein. Ja. Na, ich wollte mir eigentlich die Bandys holen. Ach, da sind direkt Gegner. Ich weich aus, ich weich aus. Nicht zu den Gegnern. Wegen Zone. Wir wären im Nachteil. Einfach rein in Richtung Neo tätet. Geht schlecht bei mir. Ja, ich hab da auf jeden Fall vorne nochmal einen Gegner gewogen. Meinst du der, der... Da kommt er. Der sitzt, glaube ich. Ab ihn. Wow, ich hab ihm ja auch starke Hits gegeben. Sorry, Alter. Aber ist schon okay. Ich kann nur den goldenen Pach haben. Ich guck mal, wie ich's mit der... Da kommt noch mehr. Da ist noch Holz. Junge. Paul, heil mich. Ich hab den grad nicht bemerkt. Sorry. Komm, schnell her. Rein. Ich hab auch direkt Minis. Die gönne ich mir. Nicht sofort. Zone. Ich hol mir den Loot. Du gehst in die Zone. Ich hab mir die Sniper-Money geholt. Nimm den Medipack mit. Nimm den Medipack mit. Komm. Hey, Tom. Hat der vielleicht... Ja, der hatte, glaube ich, einen Jump-Hit. Ich bin schnell her in die Zone. Ich lege auch nicht. Ich muss hier mitgehen. Hab ich eigentlich Dings? Nee, schade. So, komm, Tauben. Lass uns einbauen. Kann ich machen. Jetzt komm nochmal schnell zu mir. Metall ist bei mir voll, also kannst du dann nehmen. Warte, Tom. Ich, äh, ich... Ich hab keine Minis mehr. Geh nochmal dann nach da unten. Damit bist du ein bisschen safe. Ich hab drei Fallen, weißt du das? Ja, ich hab, glaube ich, zwei. Kannst du mir mal... Ich hab ein Jump-Hit, zwei Fallen. Gib mir mal... Damit du das Play kriegst, äh, gebe ich dir meine Fallen. Gib mir ein Medikit. Hab ich nicht. Du hast es nicht genommen, da lag eins. Warte, 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 warte. Ich hol's schnell. Nein, der ist schon in der Zone. Die Zone macht Zweitex. Lass uns hier nochmal ein bisschen nachgucken. Äh, hier vorne sind nochmal Minis. Okay, ich hab grad einen Inventarslot frei. Paul, brauchst du Pumpkin-Munition? Äh, nee, hab ich noch genügend. Ich bin Metz komplett voll, wenn du welche brauchst. Nee, ich bin auch komplett voll. Mir fehlt nur noch ein bisschen Metzlager, aber... Ich hab 250 Pumpkin-Munition, müsste das reichen? Ja, einträglich. Tom, wir dürfen jetzt hier nicht... Tom, wir dürfen jetzt hier keine Scherze mehr reißen. Wir sind jetzt grad im Endgame. Wahrscheinlich hat jetzt auch schon irgendwer Dings gebaut. Durch eine Skybase. Ich seh keine Skybase. Okay, mein Netz sind wieder fast trocken. Alter, bei uns ist dritter Weltkrieg, Junge. Wieso? Bei uns ist gar nicht... Bei uns hat grad Hard... Hat geblitzt. Soll ich dir sagen, wie es bei uns ist, hier in Bayreuth? Ich mag jemanden, wo vielleicht noch Gegner sein können. Hier sind's. Direkt vor uns. Hm? Ach, das war mir. Ist ein Solo-Mate. Nee, doch, du. Ach, sind zwei Teams. Das eine war ein anderes Team. Der eine hat mich gesehen. Der eine hat mich gesehen. Ich würde dich schielen. Sag, wenn er kommt. Fuck die Zone, wir müssen dann sofort weg. Ich hab noch Jump-It. Ich hab noch hier. Ja. Lass uns direkt... ...in... Hier reingehen, irgendwie ins Gebäude. Aber hier diesen Eingang. Wir müssen ja, ja. Du weißt, weißt du, wie viele Gegner in dieser kleinen Zone noch sind? Neun. Ne, sieben Gegner noch. Und wir. Guck mal, wie klein die Zone ist. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Heal holen. Für uns. Ach so, gönn dir deine Minis. Ey, soll ich hier einfach eine Falle mal platzieren auf Asozial? Gönn dir mal deine Minis. Stimmt. Ich gönn mir, ich bin hier eingesperrt mit einer Falle. Also, wenn hier jemand reingeht, stirbt er. Ich hab noch Minis übrig. Ich hab noch sechs Minis. Hier, direkt vor mir. Auf keinen Fall mehr platzieren. Ich hab zwei platziert. Komm mal mit. Oh, Biggie. Gönn dir mal. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich hab ein Mini liegen lassen. Brauchst du diese eine Pump da? Die blaue? Ne, ich hab schon meine eigene geile blaue. Aber ist die neue eigentlich gut? So, richtig? Weiß ich nicht. Oh, da oben dootrop. Wir müssen ja jetzt sofort hin. Da müsste eigentlich immer ein Mad Kids drin sein. Und ein Gegner. Ja, direkt vor uns. Der hat mich gesehen. Wo ist er? Ich bin blind. Zack. Ne, Torben. Komm schnell her. So, hier vorne. Oh, deine Lieblingshaffe. Komm schnell her. Oh, da waren ja noch mehr. Kannst du gönnen? Gleich. Und wo? Geradeaus. Wo alle feiten. Danke, Ehrenmann. Wir müssen aufpassen, dass kein Enddauer uns ist. Meinst du sowas wie die Zona? Komm. Du darfst den Gleiter nicht mehr so oft benutzen, weil jetzt gibt es nur noch so wenig Leute. Weißt du, jetzt musst du auch mal richtig spielen, Torben. Das wäre jetzt mein erster Win in, äh, Dings. Erster Solo-Win. Da ist er noch drin. Es sind drei Gegner nur noch. Der da drin ist wahrscheinlich Solo. Ja. Kannst du ihn gerne anschießen. Warte, ich schieße es auch. Oh! Unten war eine Lücke. Unter ihm war eine Lücke, wo ich seinen Fuß noch getroffen hatte. Ach du Scheiße, das ist mir richtig erpackt. Paul, guck mal. So. Hier. Weil durch den Berg, durch die Struktur des Berges, konnte man unten durchschießen. Alter, wie viele Sniper-Munition habe ich? Das brauchst du noch müssen. Ich hab noch 60. Hinter uns ist immer noch die Zone, wir müssen auffassen. Wo sind die Gegner? Na, da drin. Ich hab da drin auf jeden Fall eingesehen. Ach, Camden, die unten. Nee, ach so, der eine ist da vorne. Du weißt, dass das der letzte Gegner ist? Nein. Stimmt, das ist der letzte. Sorry, aber ich muss mich leider jetzt gerade so hoch holen. Ich benutze das Geschütz unter mir. Ich bin mit Sniper aktiv. Hey, wo ist er? In diesem perfekten Gebäude. Warte mal, wir müssen los. Wir haben so einen Vorteil. Auch wenn ich gerade reingerannt bin. Komm, komm mit. Das hat High Ground. Stimmt, hat er. Mein Herz pocht gerade richtig hart. Fuck. Du musst jetzt übergeben. Warum ich halt ein, Alter? Bin ich tot. Ich bin nicht tot, aber fast. Oh, scheiße. Hast du noch irgendwie ein bisschen Heal? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin auch tot, ich bin auch tot. Ich bin tot. Das ist richtig unverdient, weißt du? Er schießt die ganze Zeit runter. Hör auf zu tanzen, du mit Geburt. Mit einem Kill. Alter. Richtig unverdient, weißt du das? Ja. Ich hatte drei Kills, diese Mist gegohlt. Paul, ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen, aber ich glaube, ich hatte auch vier oder fünf. Du hattest, glaube ich, vier. Ich hab's mir nicht gemerkt, aber vier oder fünf Kills musst du haben. Du hast definitiv vier. Du hast nämlich richtig hart gut gespielt. Und hast du den, wo ich einmal gesniped darüber, Wiederholung, kann ich sehen, wie viele Kills ich hab. Das steht da, ja. Aber weißt du jetzt auch, warum ich mit den Nosekins spielen wollte? Ja. Einfach damit die, einfach damit die Gegner uns nicht richtig abpacken können. Beziehungsweise denken, oh ja, das sind ja mal richtige Noobs. Richtige Noobs und zack, fast zweiter Platz. Ist klar. Ist klar, dass Noobs auf den zweiten Platz kommen. Stimmt's, Paul? Denken sie sich wahrscheinlich alle. Aber vor allem am Anfang hatten die auch gut Loot und manchmal sogar Zonenglück. Paul, ich muss nur sagen, erste Waffe, legendäre Ska. Ja, das war halt kompletter Glück. Hätte ich eine AR, hätte ich es sogar noch geschafft zu gewinnen. Aber Paul, man hat gesehen, dass ich besser mit Sniper geworden bin, oder? Definitiv. Eben bei den einen, da dachte ich mir, weil er ja so halb auf dem Berg stand, der Boden war frei. Da war so eine ganz kleine Lücke. Da dachte ich mir, kann ich da durchschießen und seinen Fuß erwischen? Weil da so eine ganz kleine Lücke war, Paul, weißt du? Er hat sich ja rundherum im Berg eingebaut und ich habe unten durch so eine kleine Lücke in seinen Fuß reingeschossen und ihn so mitgekillt. Weißt du, das ist wahrscheinlich richtig belastend. Für den Gegner, oder? Ja, definitiv. Ist schon belastend, von mir gekillt zu werden. Ja, aber jetzt mal im Ernst, könnte man halt wirklich als Gameplay benutzen. Wirklich? Ja. Du weißt, wie das ich normalerweise bin. Ich habe vier Kates. Ja, das ist, was wir abends spielen. Abends ist, äh, in der Statistik ist man abends einfach besser als frühs. Ja. Weißt du, wer abends spielt? Die ganzen Streamer. Also weißt du jetzt auch, warum die so gut sind? Ich weiß nämlich noch, als Ninja einmal seinen Stream gestartet hat, dass er dann auf einmal rausgegangen ist. Wie viel Hype hast du eigentlich, damit wir wissen, dass... 159. Okay. Wenn du den nächsten Rang erreicht, spielst du mich zum Anführer bitte, okay? Ja. Aber dann spielen wir die ganze Zeit das Gleiche. Weil ich ein bisschen weniger Hype habe. Vor allem, es gibt sogar auch Belohnungen, wenn, wenn, äh, wenn die Dings enden. Wenn Arena endet. Wirklich? Ja. Arena endet? Ja. Es gibt einen extra Hängelgleiter. Ey, stell dir mal vor, Arena wird jede Season geändert und umso höher man in dieser Season kommt, umso mehr bessere Belohnung. Du weißt, dass hier Gegner landen, also aufpassen. Einen Gegner. Zwei. Zwei. Wenn du nicht blind bist. Gut, dann habe ich ihn eigentlich gesehen. Ja, okay, der wartet auf dich. Auf mich? Ja. Erwartet der auch, dass ich 150 Leben und eine AR hab? Tschüss. So meinst du's. Scheiße. Sorry, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass er auf dem Dach kämpft. Hättest du mir doch sagen können, Achtung auf dem Dach. Ich glaub, der hat vor mir... Ja, von hinten. Danke. Beide mit dem Geschütz gekickt. Du hast beide gekillt? Paul, belebe mich wieder. Diesmal sind wir in der Zone. Ja, ich schaute und du tanzt, damit der eine nicht direkt mal weg geht. Ja. Er kriegt ihr aber den Blut von den beiden. Oh, bitte. Ich hab nur eine AR mit vier und vier und vier. 5. Schuss. Ja, und ich hab gar nichts. Ich weiß wie belastend das ist. Dann hier. Nee, ich schaue einfach den Blut. Ich hab mir Munition gegant. Nö. Weißt du, ich hab einfach den Schuss hinter mir gesehen. Anstatt wenn ich einfach wartet, bis er direkt hinter mir ist und dann... Hast du noch einen einzigen Mini irgendwo? Ich hab gar keinen Mini mehr. Sorry. Scheiße. Weil dann hätt ich mich auf 200 Leben gepusht. Erstmal vielleicht nach Perry. Äh, nicht nach Perry, nach Jerusalem. Jerusalem. Aber Paul, eigentlich müssen wir, weil wir nicht an Gott glauben, Jerusalem meiden. Weil da doch irgendwas mit diesem Gott da war. Hm. Keine Ahnung. Also ich kenn mich nicht mit. Ich... 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 Ich musste ein paar Stunden, weil Ethikunterricht ausgefallen ist, in Religion mitmachen. Alter, ich bin fast gestorben. So, ich hab dir noch mal so ein paar bisschen Luther im Blick. Hoffentlich sind jetzt keine Gegner. Paul, ich werd mich dann aber sofort heilen, wenn ich in Jerusalem bin, okay? Ja, mach das. Ich glaub hier war kein... Ich glaub hier ist kein Gegner. Du hast mehr Klits als ich. Easy. Ja, okay. Ich hab ein Mini. Wow. Ach so. Das Einzige, was ich von denen, den Jutta, was da lag, benutzen kann, ist, eben genommen hab, ist der Jetpack. Das andere war... Oh, dank. Ehrenmann. Ehrenmini. Soll ich dir sagen, was der Mini heißt? Ich hab jetzt endlich 130 Leben wieder. Und soll ich dir sagen, ich hab ne Kiste gefunden und bitte sag... Ach Gott. Aber ist gut. Paul? Kannst du die Mini hier vorne mitnehmen? Torben, weil du mein bester Freund bist und ich dir vertraue, dass du's gut snipen kannst, geb ich dir die. Tschüss. Danke. Du weißt ja... Aber nimm die Mini... Aber nimm noch ein paar Minis mit. Ähm... Ist das okay, wenn ich ein Jetpack wegknalle? Alter, viele Minis finde ich. Ich kann nur noch ein Mini nehmen. Dann hab ich sechs auch schon voll. Ey, Paul, hier ist doch ne andere Sniper. Ich will doch aber nicht das Gameplay nehmen. Wieso? Es ist dein Gameplay. Aber vor allem, man... Ich schau mir das, glaub ich, nur morgen an, das äh... Das äh... Der Stream. Weißt du, ich hab ihn nämlich einfach so von hinten... 2,40er jetzt gesehen. Und was? Den brauch ich nicht. Ich hab schon... Die grüne Waffe hab ich auch und... Jetpack brauch ich nicht, weil ich... schon Minis und Sniper... Die Fallen brauch ich. Jetzt wer... Äh... Hack ich irgendwie? Wieso? Was hast du jetzt? Ich hab grad gleich da gefunden. Warte. Gleiter ne mag ich lieber ich. Ich hab grad so viel Müll im Winter. Ich glaub ich pack lieber das Stink-Sack. Ne, kann ich eigentlich nicht nehmen. Nimm ich die graue Waffe oder die grüne Waffe? Hm. Grad war deine Wahl, stimmt? Mhm. Da ist noch ne Kiste. Irgendeiner von uns sollte mal Dings mitnehmen, Bernis. Ja. Ich hab schon 6 Minis mit. Ja, okay. Ich hab auch schon 6 Minis. Ja, okay. Ich nehm 5 Minis mit. Wenn du noch irgendwo Bandis siehst, dann sag mir Bescheid. Ich nehm sie mit. Ja. Hast du Sniper-Munition? Äh... Ja, hier 24. Wenn ich selbst ne Sniper habe, komm ich dir... Habe ich nun selbst noch ein bisschen. Ja, weil du grad welche gefunden hast. Wenn ich keine automatische finde, dann ist es eigentlich am besten. Die automatische Scheiße. Du hast immer nicht genug Spitzhacke. Nein! Soll ich dir sagen, was mir auffällt? Ich hab Spitzhacke auf zufällig gestellt. Weißt du? Hab ich auch manchmal, wenn ich ein bisschen normal spiele. Äh... Hier ist ein Biggie. Ich hab die Spitzhacke auf zufällig gestellt. Ich hab 200 Leben. Ich will Minis nicht wegknallen. Für den Biggie. Nee. Für einen Biggie. 6 Minis wegknallen. Nee. Da bin ich weg. Paul. So ne... Ah. Wow. Ich sag so, ne? Und das sind 2 Meter. Und ich schieße. Wow. Hast du Pumpka, Moni? Äh... Ja, aber auch nur ein wenig. Ich hab nur 23. Ich hatte nur 24. Aber jetzt sehen wir irgendwie keine Gegner. Und das Leben noch 37. Wollen wir Richtung Gasti? Äh... Holz voll, ey. Ey. Lass uns Richtung Dings. Ich hab zwar nicht so viele Mets, aber scheiß drauf. Die werde ich mir auf dem Weg sein. Wir müssen noch Parry. Parry Pay. Soll ich 5 Bandys mit ihm oder lieber die, äh, Red Kid? Ach. Ich glaub, Matt. Ich glaub, Matt ist noch schlauer. Ich hab Angst, dass hier irgendwo richtig viele Gegner sind. Trommelgewehr. Trommelgewehr. Meinst grad mich? Mama? Bist du bei denen ein Gegner oder warum hast du geschossen? Einfach so, auf Spaß. Ach, wie geil. Angenehm das hier ist. Jetzt ist auf einmal hier so ein Boden. Paul, komm mal. Ja? Ich hab gebaut. Zum Glück ist da vorne noch ein Metsch. Wow, ich sollte dir das Geschütz geben. Geschütz kann ich eigentlich mitnehmen. Ich bring einfach runter. Nicht vorne. Oh Gott. Ich gönne mir nochmal schnell das Metsch. Weil ich mach lieber auf Fallenbasis. Ja. Deswegen hab ich dir auch die Fallen gegeben. Wie viele Mets hast du eigentlich? Ich hab hier noch das Metsch. Wir müssen in die nächste Zone. Und du rennst grad von dir weg. Ich muss mir das Metsch. Da vorne vielleicht. Oh, da ist eine Kokosnuss. Ist mir eigentlich egal. Alter, bei uns... Alter, bei uns ist Sturm hoch 10, Junge. Soll ich dir sagen, was bei uns ist? Alle zwei Stunden regnet 5 Minuten richtig hart. Bei uns kommen die ganze Zeit Glitze, Alter. Weißt du, wie doll ich Angst habe vor Blutzer? Sehr doll. Ich hab gar keine Angst. Mir sind die scheißegal. Nervendurch beim Einschlafen. Wo waren die Rack-Belossen? Gleich. Okay, ich spring schon mal rein. Wollen wir... Wo wollen wir hin? Ich mach hier mal. Lass direkt nach unten. Ich hätte jetzt gesagt nach Mega Maul. Nee, komm mal zu mir, Tom. Nachher vorne ist die Kiste. Wow, nur Scheiße. Wieso? Ich dachte, der eine Typ wäre der John Wick. Sind hier Gegner? Nee, aber ich bin dann nach vorne. Warum glaubst du das? Aber nur, weil du, Torben, direkt über mir ist. Hast du mich gerade gefragt, wie ich das überleben konnte? Was? Ich bin gerade darunter gesprungen. Du siehst gerade, was du... nicht anschießen, Torben. Nicht anschießen. Ich weiß. Mach nur Aufmerksamkeit auf uns. Halb. Und jetzt wieder zu. Jetzt so die haben? Ja. Ich hatte die letzte Runde auch eine, aber ist egal. Paul? Saufpacks? Nimmst du mit? Anstatt, ja... Statt fünf Bendys ist eigentlich okay. Weil Saufpacks kann man direkt nehmen. Ist dann besser in der Zone. Ist halt besser zum Such... In der Zone kann man schneller reagieren und muss nicht. Brauch mal ab. Die Diegel mochten wir früher. Früher? Aber heute mag ich gar nichts mehr. Ja, viel mehr meine ich. Was? Viel mehr meine ich. Ja. Dschungel, bei uns, äh... Bei uns der Notos die ganze Zeit so, als ob wir das dritte Weltkrieg kommen. Bleib ruhig, Paul. Ist doch nur ein Blitz. Der wird eh nicht einschlagen. Top 7. Geil. Und jetzt sterben immer noch welche. Weißt du, das ist grad einfach die beste Sache. Ich hab zwei Kills, du hast null Kills und... Es nehmen wir noch drei Leute. Und sieh mal, sieh mal, Squat. Und sieh mal, Squat. Ach. Äh, da vorne ist Loot. Äh, zoom mal daran, ob da Gegner sind. Ähm, ich seh keinen. Ja, okay, lass mal hingehen. Hast du Hänge glättet? Jetzt ist in der Zone. Nee, hab ich nicht. Okay, dann hol ich mir schnell. Ich camp hinterm Baum soweit. Auf asozial, okay? Ja, alles klar. Ich hab, ich bin Metz, ich brenz voll. Ich bin Holz voll. Ich bin nur Holz voll, aber wenigstens bin ich etwas voll. Ich bin Holz und Stein voll. Ich hab eingebaut, dass ich Metall baue. Und da hab ich 200, 500 Holz und 32 Steine bloß. Du weißt, ich hab eigentlich immer Holz. Holz hat man immer. Als normal, also als... Ich hab Angst, dass gleich neben mir ein Gegner kommt. Ich glaub ab 75 krieg ich nen Level ab. Ja. Aber ich... Dann mach, wenn du 100 Level abbekommst, mach mich dann Gruppenanführer. Wenn ich 170, äh, habe. Ja, wenn du Level, also Rang ab hast. Ja, da vorne. Ich seh nen Gegner. Nicht anschließen. Nicht anschließen. Komm mal hier vorne ins Haus. Ja, okay. Direkt bei mir. Das ist ein Duo. Sorry. Konnt nix machen. Haben mich beide weggepumpt. Sofort. Hä, ich... What the fuck? Ich wollte über mir bauen, aber er hat nicht über mir gebaut. Der eine hat noch 200 Leben. Season... Junge, die sind Season 4 Spieler. Season 4. Ja. Ja. Fortnite wird so hart und fair. Vor allem als ich mit nem Freund gespielt habe, der Fortnite neu angefangen hat. Ja? Dass man sich Gegner herbekommen hat. Was? Season... Null Spieler. Wow, Renegade Raider? Skytrooper OG. Mhm. Und Renis. Hast du schon mal Renegade Raider gekillt? Ja. Ja. Schon circa zweimal. Ich weiß nicht. Es gibt dir auch gekaufte Renegade. Was? Es gibt ja auch gekaufte Accounts. Stimmt auch schon wieder. Also... Mach mal bereit. Ja, okay. Ich bin... Ich brauche nur noch neun Punkte. Okay. Also nächstes Match macht mich Gruppenanführer, okay? Alter, ich brauche nur noch drei. Dann bin ich äh... Champion. Champion. Was? The best of the... Best... Prize. Die kriegen dann einen Preis. Die kriegen dann einen Preis. Nein, dann kannst du glaube ich bei... Dings... Bei... Geldgewinnen mitmachen. Also... Manchmal kommen ja Turniere, wo man Geld gewinnen kann. Ja, das weiß ich. Wo dann halt jeder mitmachen kann, der in dieser... Division ist. Der bekommt dann... Wenn... Wenn ich hier da fertig bin... Der kann dein Echtgeld gewinnen. Aber du musst dann halt da... Konto... Diese zwei Dings machen. Zwei FA. Und ein Konto verbinden. Also ein richtiges Konto. Weißt du Torben, ich habe mir extra diesen Emote rausgesucht, wenn ich nämlich gewinne. Und soll ich dir sagen, welchen Emote ich mache, wenn wir gewinnen? Ach man, ich habe so viele Emotes. Elektroschuffle? Ein Gackerschnitt. Ach so, ja. Mir ist klar. Ne, ne. Benutzt dann mal lieber Elektroswing. Elektroschuffle meinst du? Oder... Das mal Jerusalem. Ach Jerusalem. Vorne. Lieber. Oder bei uns ist mal wieder Vierter Weltkrieg. Mit Wasser. Bei uns ist... Bei uns ist gar nichts. Bei uns ist bloß... Hörst du das Torben? Bei uns sind bloß ein paar Lamborghinis, die Stress machen. Sonst ist bei uns nichts. Ich höre gerade die ganze Zeit nur wie das Wasser auf unser Glas brett, ey. Da will ich ehrlich sein, ein bisschen höre ich davon aus. Hier ist sogar der Würfel in gekommen. Ja. So tun wir mich auch nicht. Weißt du, ich habe so gut wie immer Angst, dass irgendwie unser Haus oder so überflutet oder so ein Scheiß. Okay, jetzt weiß jeder in meinem Stream, vor was du Angst hast. Ist mir doch scheißegal, Alter. Wir sind eigentlich normale... Menschen. Ich habe dir sie extra nicht genommen. Obwohl es meine Lieblings-Pump ist. Guck mal. Hier vorne ist Dings. Ja. Äh Mini. Ist es auch... Ja, Kack kannst du behalten. Ich wollte... Wow, ich bin gerade durch meine eigene Wand gelaufen, weil ich aufs Dach wollte und gemerkt habe, dass du das Dach schon gelootet hast. Wow, da ist mir wieder nur Scheiß dran. Weißt du... Paul. Mir ist eigentlich egal, ob sie wissen, was meine Ängste sind. Hauptsache... Paul. Komm mal hier, gönn dir. Danke, Bruder. Irrer. Ich habe eine andere Shotgun gefunden. Ich habe sie eigentlich nur genommen, dass ich direkt eine Waffe habe. Und ich habe sie dir gelassen, damit du direkt eine Waffe hast. Irgendwann. Irgendwann. Ich gehe nach Jerusalem. Du weißt doch, dass in Jerusalem... Ich sag mal lieber nichts. Das, äh... Tom... Dein Film ist hier kein Geschichtsunterricht. Nein, ich habe gesagt, ich sag mal lieber nichts. Du weißt schon, wieso. Ja, vorhin. Nein, was anderes. Wir sind Gegner. Dein Ernst. In Jerusalem sind Gegner. Und deswegen gehst du da hin. Und guck mal, wo ich bin. Nein, ich dachte, da wären... Äh... Keine Gegner, die ich da looten kann. Ja. Wollen wir die Gegner schnell wegholen? Weiß nicht. Ich glaub... Lass uns weggehen. Das kann ja kein Solo sein. Also, Paul. Das kann ja kein Solo sein. Paul, hier. Ich weiß nicht. Herr, komm, nehme ich anstatt der Scheißkanaten. Paul, merkt ihr fürs Game, ich habe zwei... Mad-Kids. Lass mir das aufheben, weil... Ich kann dann stecken. Hey, das ist ja noch eins. Kann ich... Kann man eigentlich drei stecken? Ja. Das ist eine geöffnete Truhe. Ja. Ich habe jetzt drei Mad-Kids. Reicht das? Warte mal, hast du diese Truhe geöffnet oder war die schon geöffnet? Die habe ich geöffnet. Die habe ich wirklich geöffnet. Was denkst du? Ja. Bleib ruhig, sind nur danach. Wir haben LKW eine geöffnete Truhe... Weißt du, ich würde mich eigentlich... Ich muss mich jetzt eigentlich recht hart beherrschen, weil... Eigentlich würde ich ja jetzt schon nach unten rennen und mich irgendwie in Sicherheit begeben. Dein Ernst? Aber da hattest du Stream ziemlich halt irgendwie nicht dein Gameplay zu verstören. Paul, so schlimm ist es doch in Berlin auch schon wieder nicht. Mit dem Wetter. Wirst du nach Ballreuth ziehen? Alter, ich höre... Ich höre erstmal die ganze Zeit nur verfickte Donner. Und... Ich sehe die ganze Zeit auch noch Blitze, Junge. Ey, willst du nach Ballreuth ziehen, Paul? Ja, lieber, Alter. Dann würde ich zu dir ziehen, ey. Habe ich auch noch mal nen Freund. Gegner. Hat locker 90 Schaden gefressen. Von hinten, die Pussy, da oben. Ah, von hinten ist auch noch einer? Ja, da oben drauf. Scheiß Fischgesicht. Ach, die haben uns getörtelt. Von beiden Leipzig-Pamilies. Weißt du, wie Pussy sie sind? Weißt du, Season 2 kam der raus. Ach, du Scheiße. Spiel, Junge. Willst mich ja komplett verarschen. Und Paul, siehst du meinen Stream dann, wenn du den morgen guckst, zu Ende gucken? Glaub schon. Zwei Stunden lang? Geht der jetzt schon? Ja. Was? Ich war grad einfach ein dreifacher Scheißwitz. Soll ich dir sagen, was hier in Ballreuth ist? Hm? Ja. Hier in Ballreuth haben wir grad 30 Grad oder so. Ach, wie sagst du, ich drehe gleich noch komplett durch. Wir haben hier grad 30 Grad im Schatten, obwohl... Du kannst dir das nicht vorstellen, ich schwitze hier in der Bude. Thermometer zeigt 26 Grad draußen an. Weißt du, ich hab grad for real so doll Angst, dass ich einfach grad schwitze. Ich schwitze, weil es wirklich warm ist. 26 Grad ist es draußen. Obwohl das... Ich will nicht sagen, 23 Uhr haben und mein Handy, wie ich grad sehe, keinen Akku hat. Und ich grad zu voll bin, mein Handy auszuladen, weil ich da einen anderen Controller verbunden hab. Flo? Ich spüre mein Herz nicht mehr. Nein. Ist kein Witz, ich spüre mein Herz nicht mehr. Du bist tot in 5 Sekunden. Paul? Alter, du willst grad ein bisschen wie doll mein, äh, wie schnell grad mein Herz braucht. Wieso verbinde ich jetzt zwei Controller? Oh Mann, ich bin dumm, weil... Paul. Oh shit, ich bin jetzt erst abgesprungen. Ja, lass uns da landen. Wie bist du denn? Wo bist du denn? Und was sag ich dir, wenn wir trotz diesen Scheißort... Ach, doch, wir sind alleine, der landet D.O. tätig. Bin ich dumm. Ich spüre auch keinen Puls in meinem Arm. Du spürst was... Im Arm spüre ich auch nicht, obwohl mir alles okay ist, also... Nein, eigentlich müsste man so einen, äh, Puls... Soll... Ja, okay, ich hol mir... Ne, ich werfe. Ich geh ins Gebäude. Du lootest hier alles draus, ne, ich alles drin. Ich hab keine Gegner gesehen. Ich auch nicht. Grüne Pumpe ist schon mal lecker. Ähm, ja, die... Ewige Kampfschrotflinte. Ähm, hier ist noch ne alte Pump drange. Im Gebäude. Dieser Standard-Pump halt. Wow. Ich hab mir keine Metz geholt. Und frag mich, wieso ich nicht bauen kann. Ohne Metz. Ich bin grad so heiß angespannt. Paul? Paul? Komm mal ins Gebäude rein, ich hab ne Überraschung für dich. Gleich. Und so... Hier im Haus ist ein Gegner. Der gönnt sich direkt neben mir Minis und... ...finisht mich. Der ist im Gebäude dran. Ach, draußen ist auch noch einer, sein Teammate. Ach, hättest du grad ne Falle gehabt, oder? Das ist der. Das ist der. Ich hab keine Pump. Was soll ich machen, diese Pussis? Junge, ich hasse mein Leben. Spiel macht so einfach gar keinen Spaß, Alter. Junge, wollen wir rettet die Welt ändern? Wechseln? Nein, du spielst jetzt noch weiter, Alter. Wehe, die tanzen jetzt noch. Ich schwöre dich, hast du aus. Geh doch einfach raus. Warum zum Teufel haben die vier Zuschauer? Was hast du? Sie haben doch bisher nur... Sie haben nur vier... Sie haben vier Zuschauer. Verlass einfach. Oh, das ist so beschissen geworden. In meinem Haus habe ich gar keine Pump gefunden. Und Live-Event-Technik ist eigentlich auch nichts besonderes, stimmt? Live-Event war völlig beschissen. Völlig beschissen nicht, aber es war nichts Großartiges, sag ich mal so. So, jetzt haben wir beide den gleichen Skin, jetzt müssen wir es schaffen. Dann denken die, einer von uns beiden ist One-Hit und dann hat der doch Full-Shit und Kill. Ich habe ein echt gutes Handy. Es hat über 10% innerhalb von zwei Sekunden... Innerhalb von fünf Minuten geladen. Ich habe ein richtig gutes Töppel. Es hat innerhalb von einer Minute... ...viel Prozent geladen. Natürlich, Season-Null-Spieler. Sogar zwei Stück. Weiß, das Spiel wird einfach komplett unfair. Ja. Lass uns einfach... Lass uns einfach bis... ...1 Uhr morgens oder rein suchten, okay? 1 Uhr morgens kann ich, glaube ich, machen. Was? Bis 1 Uhr morgens würde ich auch, glaube ich, machen. Aber länger nicht? Mhm. Darfst auch nicht, oder wie? Mhm, darf ich auch nicht. Scheiße. Dann werde ich auch 1 Uhr morgens den Green beenden. Jerusalem. Jerusalem. Land der Russen. Spaß. Wow, was sehe ich mit einem epischen Revolver. Ne, wir haben, glaube ich, nicht den gleichen Stil. Was hast du denn für eine? Eine schwarze. Da liegt ein Trommelgewehr rum. Automatische Sniper nehme ich aber trotzdem mit. Die Fresse, du Scheißblitz. Hä? Ich hab ihn automatisch aufgehoben. Was? Den Mini. Hattest du Mini in einem Slot drin? Ich hatte einen Mini in einem Slot drin. Ja, dann haben die geupgradet, dass wenn man schon Minis im Slot hat, dass die automatisch dann quasi in dem Slot, wo du die hast, aufgefüllt werden, bis du dann halt 6 hast. Verstehst du? Paul? Hast du eine Pump? Boah. Oh. Wollen wir uns Biggie gönnt? Ich hab zwei Biggies drin, also brauchen wir nicht. Ich brauch eine Pump. Ich hab zwei, aber das ist die komplett schlechteste Pump. Ist mir egal, hauptsache ich hab eine. Paul? Ich brauch eigentlich irgendeine Pump, egal welche. Ich brauch eigentlich irgendeine Pump, egal welche. Egal welche. Paul? Egal. Als Pumpgang nimm ich nen Medkit. Spaß. Ich hab den falschen Knopf gedrückt, ich voll Idiot. Ey. Ich hab das Ding nicht erwischt. Die Seilrutscher. Bin ich eigentlich schneller? Auf der Weihrutsche? Ich muss eigentlich weiter genau schnell sein. Ne, ich hatte gerade Chilischote. Ich mein wegen Chilischote halt. Warum ist genau jetzt keine... Ach. Paul? Ich. Ist dir grad so ein Scheißding auf den Kopf gefallen, oder warum musst du den Medkit benutzen? Nein. Ich hab beim Runterspringen die Seilbahn nicht erwischt und... Da war ein Lagerfeuer. Ich hab eins. Ich hab eins. Noch im Vimventar, zur Not. Vorne ist auch eins. Oh Mann, ich hab keine Lust auf die Waffe. Waffe. Ich hab Angst, dass wir direkt in der Nähe Gegner sind. Darf ich sagen, wir sind wahrscheinlich auch hier direkt in der Nähe Gegner. Ich hab's keinen Lock eigentlich noch zu verrecken, weil sie so gut so... Ich farm jetzt Steine auf 500 und dann... Oder es reicht. 300 irgendwas. Stimmt. Im Moment reicht das noch. Haben wir ja noch keine Baubette, also... Ne, das ist ja noch nicht. Okay. Du darfst nicht die Bäume sofort zusammenhacken, sondern du musst immer 50% da lassen. Ich hab aktiviert, dass ich mir Stein baue. Ich hab 500 Holz. Ich hab aktiviert, dass ich immer mehr Zeit baue. Ich hab 500 Holz. Ach, der Baum hat irgendwie hier... Hat nur noch 30 Leben. Ich glaub, der hat jemand mal rausgeschossen. Ja, ich hab 2.000 rum von dem... Äh, von Faitle um mich rausgehen. Ich hab grad irgendwie keinen Bock zu fighten. Ich geh auch nicht, aber... Demnächst müssen wir ja fighten. Guck mal. Ich glaub, ich hör Schüsse. Ich hör gar keine Schüsse. Ich hör gar keine Schüsse. Ich hör auf zu tanzen. Ich hör auf zu tanzen. Ich hör auf zu tanzen. Upp, hier war ein Baum mit 50 HP. Sag, wenn du irgendwo gehst, siehst, hier vorne wurde ein Mage wiedergelebt. Und zwar gerade eben, in der Bus, wenig. Das heißt, die müssten noch in der Nähe sein. Eigentlich. Oder beide wurden direkt gefinisht. Aufzutanzen. Oder der Wagen braucht einfach so lange, um sich aufzuladen. Guck mal, ich mach jetzt mit. Ja. Das heißt nur, dass irgendwo ein Duo in der Nähe ist. Nur. Wahrscheinlich ist es dieses eine Schwitzer-Duo. Ach, meinst du das mit 570 Kids? Ist das überhaupt möglich? Ich hör, hier unten. Gegner. Ja. Hier ist ein Fortbyte. Drei, zwei, eins, Baller durch. Habe ich. Schön. Schön gemacht, ne Biggie. Ich hatte keine Pump im Inventar. Also muss ich. Ich hör sein mit. Ich hör sein mit. Hinter uns. Ab ihn. Wie schlecht sind denn die Gegner? Ich hab aber null Kills. Weil ich Pech hatte und... Sorry, ich hab die leider alle abgestoppt. Bei einer Minute geh ich los. Ich bin mir... Nur ein bisschen noch gern... Jetzt. Ja, okay. Ich hab ne AK, die macht... Mit der spiele ich grad für Z irgendwie mehr als mit der AR. Ich hab so eingestellt, immer wenn ich, äh, drücke, dann macht der mein, äh, schau jetzt, jetzt rühre ich mal länger auf, äh, auf den Zeiger nach unten. Ich hab zwar den falschen Tanz aktiviert, glaub ich, oder? Äh, ich hab Hängegleiter. Ist nett. Aber ich werd mit... Ich hab aber Dings. Zwei Biggies und... Einmal Dings. Einmal Heal. Ne, ich kann nur geben. Ich hab... Ich kann nicht Heal geben. Ich hab auch noch Lagerfeuer. Ich hab aber... Ich hab aber... Ich hab aber... Äh... Du musst auf jeden Fall nochmal, äh, vers... irgend besser Schmierer zu bauen, mein ich. Komm, geh hier. Ich geh hier in die Mitte. Geh in die Mitte, damit du mehr geschützt bist. Dein Ernst? Ne, ist kein Witz. Ähm, benutzt er es? Wow. Weil ich hier runtergegangen bin, hat er die Animationen vom Mad Kid gestoppt. Aber, Paul, fällt dir eigentlich auf, dass wir jede Runde im Endgame sind? So gut wie? Obwohl wir eigentlich sonst fast nie im Endgame sind. Ist ja relativ glücklich so. Soll ich deine letzten 20 Leben, die dir noch fehlen, heilen, oder Pacho? Du hast ja selber Lagerfeuer. Ach, ne, du kannst hier gerne rausgehen. Ich hab Jumppad übrigens. Komm, du mal schnell zu mir? Ja. Ich hab Jumppad aktiviert. Hast du? Also bereit. Ach so. Ich hab meine Fert... Guck mal, wie klein die Zone schon ist. Du hast da einfach eine Falle plattiert? Ja, ich wollte irgendwie einfach nur zu den Fallen wechseln, aber meins speichert halt eben immer. Warte mal, das Ladegerät ist gerade abgefallen. Ja. Deswegen nehm ich Kabel-Controller. Auch wenn ich... Auch Funk-Controller nutzen kann, aber... In Fortnite so... Fortnite... Aufm Berg. Das sind zwei Leute. Einer hat 104er? Ja, der wird sich jetzt wahrscheinlich hochheilen. Der hat... Ne, der will mich weiter snipen. Und der andere ist runtergesprungen und will mich jetzt... Gehen. Wo ist er denn? Der ist an der Seite irgendwie runtergesprungen. Und der andere hat mich gesnipet und direkt gefinisht. Oben auf dem Berg direkt. Ne, die kommen, die Wichser. Ähm, hast du gesehen, dass er richtig viel Fallschaden genommen hat? Der hat sich selber... Der hat sich selber eliminiert! Danke, dass du meinen Jump-Hit nimmst. Wo ist er denn? Da ist der andere und sein Team hat sich grad selber eliminiert. Ja, wahrscheinlich... Ne, hat er nicht! Hä? Der stand grad, dass... Er gestorben ist. Da ist gar keiner gestorben. Okay. Dann bin ich zu dumm für diese Scheiß-Welt. Super, ich hab auf den einen konzentriert, weil ich dachte, das wär der. Ne, Bruder, keinen Bock auf Ordnung. Ich installier's gleich wieder, weil es ist einfach so unfair. Ja. Aber nicht deinstallieren. Ich versuch hinter mir zu bauen. Mein Controller bleibt so stehen, dass ich nichts mehr machen kann. Dieser Scheiß-Controller! Was denn? Paul, lass uns lieber nicht zocken. Hast du grad auch einfach einen Mode bekommen? Nein. Ich hab grad irgendwie... Der sieht krank aus, aber... Ist der im Bettepass? Ne, der ist nicht im Bettepass. Welch ne Motten? Jetzt brennt du denn wieder? Zeig mal. Ach so, ja, ich weiß welchen das ist. Ja. Das ist von... äh... von... Zentil. Mir fehlen nur noch 5 Scheiß-Points, alter. Schaffen. Okay, 5 Points, fehlt's doch nur einmal schaffen. Vor allem... vor allem, Torben, ich hab die ganze Zeit editiert. Ja. Er wollte's einfach nicht machen. Ich war... Paul, übrigens, ich war am Freitag sogar im Kino, weil mir langweilig war. Da ist meine Mutter zu mir gesagt, dass wir nächste Woche ins Kino gehen. Wer zum Film wollt, will sie gucken? Rat mal, wo... äh... was ich nächste Woche mache. Was? Ich frag zu meinem Opa. Beste Logik. Und soll ich dir sagen, was ich im Kino geguckt hab? Da ist schon wieder die falsche Schwitzhacke. Ich hab ja Dings aktiviert, zufällig. Immer noch. Ich ändere es nicht, aber... Soll ich dir noch was sagen, Paul? Welchen Film hab ich geguckt? Was denkst du? Es. Darf ich nicht. Mein Alter. Äh... Tipp, der ist ab 12. Keine Ahnung. Und recht neu. Dieser neue Spider-Man-Film hier war langweilig. Welcher neue Spider-Man-Film? Spider-Man Far From Home, oder irgendwie so. Far From Home... kenn ich nicht. Der ist, glaub ich, erst seit... Ist auch... Erst recht neu, glaub ich. Der ist vor kurzem erst raus, deswegen. Also... Weil er recht neu ist, glaub ich... Kennst du den noch nicht, oder? Ja, okay. Ich hab schon einen Gegner in Paris gesehen. Sogar drei. Ach du Scheiße. Das werden Kämpfe. Hier unten ist er. Hier bei dir direkt. Ja. Ich bin tot. Ja, komm, ich hab keine Ahnung. Ja, komm, find ich den Wichser. Ja, was haben wir davor? Neben dir. Ja. Ja, was kann ich machen? Weil ich so dumm bin. Du bist nicht dumm. Das ist einfach eine dreckige Missgeburt. Mann, scheiß Karl, ey. Ich bin eine dreckige Missgeburt. Nicht du, der scheiß Gegner. Ich. Nein. Du streamst immer noch so voll tot. Scheiße. Schau- Und wie lange braucht ihr jetzt Fortnite zum Laden? Hast du jetzt deine Dings gemacht? Dein Spitzhacker gewechselt? Nee. Gefällig. Bin ich schlau? Oder bin ich schlau? Oder einfach komplett behindert? Die Antwort ist komplett behindert. So. Was machen wir jetzt? Wo landen wir? In Achmed's Heimat? Was denkst du, landen wir Gegner? In Achmed's Heimat? Nö, ich glaub nicht. Die landen keine Gegner. Die Waffe auf dem Dach gehört mir. Ist mir eigentlich egal. Ja, okay. Hier, landen wir Gegner. Wo? Dein Gegner hat dich gesehen. Wo? Ach, direkt bei dir. Ja. Ja. Nein, nein. Ich hör mir die sofort. Hab einen. Schön. Ich find' ich ihn gerne. Nee, kein Herz, du Wichser. Sein Geschütz ist hier noch. Hab ihn einfach, Paul, mit dieser Waffe vom Geschütz weggenommen. Double Headshot. Weißt du? Oder Double Headshot. Oder Double Headshot. Ist auch egal. Nee. Double Headshot. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall nicht grad sehr wenig Schaden. Und wieso hast du grad geschossen? Und wieso schieße ich? Ich hab zu schnell die Waffen gewechselt. Ja. Der Gegner ist direkt bei mir. Hat mich. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Der schimmelt da auf dem Dach. Junge, warum? Was? Wie waffert der? Wahrscheinlich blau. Ist klar, dass der nur blau ist. Halt doch die Fresse, Alter. Ja. Du spielst doch so hart und verweist du das? Ja. Wollen wir doch schon nur mit der Nacht aufmachen? Ich könnte jetzt schon wieder meine Zuschauer hart schlagen. Haule. Wollen wir doch nur Dings anmachen? In einer halben Stunde zahlen? Nein, bis 1 Uhr. Oder bis 1 Uhr morgens? Bis 1 Uhr morgens. Okay. Ich will nicht sagen, aber dann habe ich dreieinhalb Stunden gestreamt. Also viel Spaß, wenn du dir den ansehen willst, Paul. Dreieinhalb Stunden. Also musst du dir dann Zeit nehmen, Paul. Stimmt's? Aber ich hatte schon. Ey, Poet. Ich habe eine Challenge, soll ich sagen welche? Ich werde morgen ein Video machen. Das Video vom Live Event. Wenn das Video 20 Likes bekommt, werde ich in den Sommerferien einen 24 Stunden Stream machen. Paul, hast du es gerade gehört? Paul, holt ihr einen runter oder was? Der ist immer so dumm. Spaß. Paul, ich land im Haus. Wenn er mich verstehen kann. Weil er gerade nichts sagt. Ja, ich kann nicht verstehen. Hast du auch gehört, was ich vorhabe, wenn ich morgen 20 Likes bekomme? Ich werde in den Ferien einen 24 Stunden Stream machen. Aber was denkst du, schaffe ich die 20 Likes oder nicht? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich habe gerade mal so viele Abonnenten fast. Alter. Du bist gerade in einem Fight? Nein. Ich dachte gerade, ich habe den Schuss gehört. Dann nicht von mir oder vom Gegner, der auf mich zieht. Ach du heilige Scheiße. Was ist? Oh mein Gott, ich muss hin. Die ist so selten. Vor allem, die gibt es noch nicht mal in Gold. Doch. Im Kreativ gibt es sie nicht in Gold. Im Kreativ nicht. Wo ist sie? Muss sie sofort haben. Ne, jetzt spiele ich noch mal ein bisschen mit der. Ich will auch noch mal. Was? Wir brauchen noch einen und haben uns beide jeweils 100 Dings auf 200 Leben gepostet. Ich will jetzt mal antworten. Ich bin Magier. Ich hacke. Ich hacke. Ich hacke. Ich hacke dich. Ich habe keine Weapons. Und ich töte keine Spieler. Ich bin Hacker. Wieviel Damage macht ihr eigentlich? Weiß nicht, One-Hit glaube ich. Wenn du Kopf triffst auf jeden Fall. Ja definitiv. Kopf macht selbst den Lila sofort tot. Ich dachte, die gibt es immer nur einen Blau. Ich hatte die letzte Match doch im Lila. In Lila. Lila. Hattest du bei Headshot sofort gekillt? Bei Headshot hätte sie sofort gekillt, aber... Ich habe da gerade einen Gegner springt sehen. Körper killt bloß. Weiß live. Weg. 100 Damage. 105 macht die Blaue. Und die Goldene? Weiß ich nicht. Musst du selber nachgucken. Können wir dann doch mal gleich testen in dem Modus. Das kannst du auch jetzt im Game sehen, aber... Wenn ich treffen würde. Nicht nur dann. Du kannst über dein Inventar... ...sehen auf wieviel Schaden die macht. Gegner. Nicht hingehen, Torben. Die waren direkt unter uns und ich bin runtergeflogen. Scheiße. Die sind direkt bei mir. 100-100 erschießen. Bei mir im Gebäude ist auch noch so ein... ...PS-Kürzken. Der... ...den du gerade gekillt hast. Habe ich nicht gekillt. Boah. Ich habe sie untergesprungen. Boah. Jetzt wäre am besten, wenn du eine Falle hättest. Boah. Ich gebe ihm so viele Hits. Ich habe ihm ca. 3. Ich habe ihm 3.86er gegeben. Wohl nicht. Seine AP-Leiste lügt nicht. Es ist kein Witz. Ich habe ihn 3.76er Hits, meine ich. Trotzdem. Das Spiel ist doch kompletter Dreck, ey. Wieso schaust du ihm überhaupt so? Wenn er dich ja fackt. Was ich auch mit dem Motto ein? Was ist so falsch? Lass uns jetzt irgendwo am Arsch der Welt landen. Sorry für die... ...Ersprache aber es muss sein. Ich mache das Wasser, und ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich wollte! Ich weiß nicht, was ich wollte! Stoige Candy Tales ist für die Kinder, auch. Veitzen die Candy Dreads. Wow! Ich bin Jonnen, weil sie jetzt die Jungen... Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... Let's map to power ... ... ... ... ... ... ... So, wenn ich 100 Sekunden habe, dann geht es um 59 Sekunden. Wie ist das für die anderen 40 Sekunden? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das für die andere Nummer? Wie ist das für die andere Nummer? Ist das für ein bisschen mehr. Wenn wir uns auf die andere Nummer getragen, dann ist es nicht möglich. Dann gaukelt, glaube ich, gar keiner bei uns. Das war ja auch mein Plan. Zum Glück hast du ja auch noch mal so einen Hohen Faden. Aber den extra harten Schwanz. Ich habe einen automatischen Sniper. Glaub ich dir. Im Blau. Habe ich auch. Ich habe ein bisschen green. Oh, ein goldener, ähm, blauer. Ich kann euch da einfach keine Farben sagen. Wieso nicht? Lila. 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 Paul, 13 Jahre alt, kann sehr gut Farben sagen. Torben, nur Jahre alt. Ist nur Jahre alt. Hat auch versehen Tinder geöffnet. Junge, ich seh die nicht ficken, Alter. Scheiß Geräte, Alter. Kennst du es oft, dass man Nachrichten von irgendwelchen Leuten bekommt, die einen schreiben, dass sie einen ficken wollen? Hast du geschmissen? Ja. Nein. Gar nicht. Das macht ja auch... ...damage. ...damage. Es ist gerade irgendwie etwas explodiert. Du warst das, Alter. Nein. Ich kann mich dir auf so verarschen. Warum würde ich dich verarschen? Weil du... Weil, Baum? Weil du es machen willst? Nö. Würde ich aber nicht machen. Ist ja mein Freund. Deswegen fragt man doch erst recht. Nö. Also eigentlich nicht. Wo soll ich dir sagen, was zu geil ist? Wir sind in der Zone. Und wen interessiert es jetzt? Meine Mutter, die dich aneigen genommen hat. Spaß. Dieb. Oh, Mann. Was? Alter, ich spür einfach den Donner in meinen Füßen. So schlimm kann es doch nicht sein. Ist kein Witz. Loll, ich muss einfach andere Blocks suchen. Hä? Es ist grad einfach bei mir so ein Board gespawnt. Ein was gespawnt? Nein, so ein Note oder so ein Board. Einfach gespawnt? Ja, einfach so. Als ich eine Droge öffnet habe. Okay. Hashtag neues Feature in Fortnite erkannt. Brauchst du die hier? Ich weiß, es sieht leicht behindert. Du weißt, was wir nehmen, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott. Danke, Paul, für die Waffe hier. Die mag ich. Danke. Danke. Das war jetzt. Ich bin ein RPG. Kann aber ja auch, glaube ich, besser mit RPG umgehen, oder nicht? Ja. Ja. Ich bin eher so Sniper. Ich bin eher Sniper anstatt RPG. Du bist RPG, ich Sniper. Fährst du echt jetzt die Rennstrecke? Hä? Bist du später? Ach, das Haus hier oben lootest du. Der ist jetzt erkannt, oder wie? Ja, ich warte unten auf dich. Und guck, ob wir im Polarpeak Gegner sind und sehe keiner. Ich bin grad mit dem Tour-Sport in drei weitere Tour-Sports reingefahren. Ich nehme das Haus aber mal so richtig durch. Was meinst du mit richtig durch? Nee. Sag ich dir nicht. Auf welchen Fetisch und so nimmst du die durch? Jetzt auf beiden. So Scheiße-Fetisch, oder was? So Fäkalien? Also nicht so n sexueller Fetisch. Was ist denn an dem Fetisch so sexuell? Nicht so sexuell hab ich's gemeint. Scheiße, ein bisschen zu hart. Scheiße. War da grad ein Lama? Wieso? 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 sich bewegt? Ja. Also mit Gegner an Bord. Bei mir ist er glaube ich. Oh. Ne bei mir. Bei mir sind beide. Und besser gesagt. Der ist direkt in mir drin und finischt mich. Oder beide. Die haben beide gleich einen Skin. Achtung. Also nicht irritieren lassen. Vor Skin. Großes alter Schiff. Nimm Pumpgun glaube ich. Ach da müsste ich noch ein anderes Team ein glaube ich. Nein. Wie oft muss ich denn den Wichsler noch anschießen Alter? Das sind zwei. Mit dem gleichen Skin. Wo ist deine Karte? Fuck. Ich glaube ich war eine Stufe hoch. Hast du meine Karte? Nein. Habe ich ja nicht mehr geschafft. Sorry. Ach danke. Was hätte ich machen sollen Alter? Hätte ich den einen anderen wiederbeleben sollen. Dass die beide mich pushen. Oh stimmt. Jetzt musst du Solo gegen ein Duo spielen. Geil Leute. Und ich habe nur Kids. Ich habe nur eine. Weil die ja beide direkt auf mich los sind. Also ich habe sogar noch einen gekriegt. Ich habe glaube ich erst später gefinisht. Man ich bräuchte genau jetzt Rocket Moon. Ich habe jetzt auch keine Metz mehr. Wenigstens sind neben mir Bäume. Ach ich hatte 400 Steine. 300 Steine oder so bei. Hätte ich deine Metz genommen wäre ich tot. Es tut mir aber auch leid, dass ich nicht deine Karte nehmen konnte. Jetzt muss ich eine Viertelstunde lang zusehen wie du was abbaust und so. Weißt du aber das wäre eigentlich auch beschissen. Weil dann hättest du nur eine graue Pistole. Ist aber besser als gar nichts. Dann wärst du so oder so wieder drauf gegangen. Weil wahrscheinlich der andere wieder auf mich gegangen wäre. Mit graue Piste kann ich wenigstens besser spielen als mit einigen anderen grauen Waffen. Da ist direkt ein Gegner gewesen. Unten ist auch noch einer etwas unterhalb glaube ich. Vom Berg. Nicht die Richtung, sondern die andere Richtung, Schlucht. Ja. Da wo hoch gebaut wurde, wurde grad ein, hab ich grad gesehen wie ein Baum abgebaut wurde. Hier vorne hast du. Hier vorne war er. Da ist sicher einer. Wegen den Metz. Es sind nur sechs Stück. Er sagt, er hat die Dinger abgebaut. Geht da doch nur scheiße, du. Ja. Warum hat jetzt jeder Rocket Moon und ich nicht. Soll ich mal versuchen irgendwo anders hinzugehen? Ja. Vor allem bei mir sieht man einfach noch eine Rocket Moon, aber ich hab halt irgendwie keine hinzugehen dazu. Okay, da oben sind Gegner. Ich schau grad noch mal so ein bisschen nach vorne. Da gehen welche zum Schädel oder was wir verwenden wollen. Da. Die Fighten. Nicht einmischen. Warum nicht? Junge. Schaffst du es gegen vier Leute? Das ist der eine Typ. Und jemand anders schießt sich noch an. Vom anderen Team. Pussi. Der auch den Gegner anschießt zufälligerweise. Also heißt. Warte bis die sich da rausbauen. Und welche von den beiden Teams müssen rauskommen? Tom, du guckst auf die linke Seite. Ich guck auf die rechte. Links ist grad fertig gebaut. Rechts nicht. Die bauen weiter. Ja, die bauen sich so weiter. Hier ist ein Schwitzer. Ähm. Und zwar harte Schwitzer. Die greif ich mal lieber nicht an. Außer du kriegst einen irgendwie ganz hart gesnipet. Von da vorne höre ich irgendwie. Ich muss mich irgendwie vor dem Spackhoch verstecken. Ich geh jetzt einfach nicht zu mir. Soll ich meine Dings nehmen? Grad im Moment. Es ist zu sichtbar. Habe ich grad richtig gesehen? Deiner hat falsch angenommen. Der ist grad runter gesprungen. Der ist da direkt auf dem Stein. Der ist da. Soll ich einfach versuchen seinen Doop zu nehmen? Nee. Okay, der andere hat grad wen gegefickt. Wenn die weg sind. Du bist in der Zone. Nutz den Vorteil. Camp einfach. Auch wenn es asozial ist. Gegen Schwitzer kannst du nichts machen. Uh, Sniper. Das ist schon stark. Okay. Bau dich ein! Wo ist der Wichser? Da oben. Hatte der im Ernst keine Rocket Moon? Nee. Doch hat er den. Ach doch. Aber auch nur vier. Evventil schwitzt er wieder. Gefahr. Auf dem Berg. Ganz oben sind's welch? Weiß nicht. Ich werd's so oder so nicht schaffen. Das weiß ich. Es lebt nur nach fünf. Vielleicht schaffst du wenigstens zweiten Platz. da oben da oben weiß ich da unten der loot shop ist gewandert landet den hol ich mir jetzt mal lieber nicht nee da sind auch gegner direkt soll ich mich versuchen nein da ist direkt ein gegner hinter diesen gebauten gegner der und direkt vor mir muss die zone gegner direkt vor der geboren ja schön pump gang in die hand der ist direkt über mir eigentlich mit der zone laufen er hat in dem moment eine wand gesetzt ne das war ich elf kipps ja elf kipps oder nichts hättest du den gegner getroffen paul ich glaube dann hättest match gewonnen sogar ich bin einfach in meinen schuss reingesprungen aber wie ist es möglich weil du direkt nach unten geschossen hast fast direkt ich habe in seine schnauze geschossen wenigstens zweiter platz die wie viele punkte fehlen dir noch Bis zu 175, wie viele Punkte fehlen denn da noch? Schade, dass man Google Play gut haben nicht in V-Bucks umwandeln kann. Wenn man kein Konto auf dem Handy hat. Hoffentlich wird die Zone nicht so scheiße sein. Am besten nicht sterben und gewinnen. Gib ich den Sieg. Muss grad du sagen. Der nie gewinnt oder wie? Der zu los für diese scheiß Welt ist, meinst du den? Nicht wundern ich so gleichzeitig mobile weil mir langweilig ist. Wo landen wir? Ich bin ein dummer Spieler, ich spiele gleichzeitig Coin Master. Weißt du, du hast mich aber nicht bei Facebook angemeldet. Doch. Nein. Ich hab mich bei Facebook angemeldet. Hab dich da jetzt Freund dran? Nein. Im Coin Master. Ich hab mich bei Facebook angemeldet. Wo ist überhaupt mein Handy? Hast du diesen mal den Scheiß? Du hast irgendwas mit 30 oder 40 bloß? Glaub ich. Oder hast du mal gespielt? Nein. Nein. Ich hab das. Nee. Hab ich glaub ich gar nicht mehr gespielt. Ich komm glaub ich nicht mehr nachher. Wo gelern? Weil ich bin bei 1600 oder so. Nee 1700 hab ich grad. Ich komm leider. Ja okay. Ein Gegner geht nach vorne. Lass uns dann hier. Lass uns dann hier. Lass uns nach vorne. Lass uns dann hier. Ich gönn mir das Lama. Lama. Beim Lama. Diesen Mate-Shake hier. Oder wollen wir direkt zu dem einen Spastro hin? Wenn es nur einer war, können wir aber Waffen holen und dann zu ihnen. Vor allem, weißt du, das ist einfach Duo. Duo, also wo ist sein Mate hingegangen? Wahrscheinlich haben die grad so ne Wette gemacht. Ja, wer von uns als erstes stirbt, kriegt Geld. Ähm. Muss irgendetwas bezahlen. Hast du gesagt geschossen? Ich schieße einfach. Obwohl ich mich grad erschrocken. Ja. Ich wollte grad sagen geschreckt. Aber das ist ja kein deutsches Wort. Ja okay, es ist nur einer. Wir können da hin. Okay, ich hab nur ne graue Eier. Also wenn ich sterbe. Ja und ne graue Schattgang mit fast kein Schuss. Ach, hier ist ein Gegner. Ich weiß, dass du einer hingegangen hast. Da trinken, wissen den's. Gönn dir. Kriegst du meine. Ach, ne. Ich hab schon. Ich nehm mal extra dir. Wahrscheinlich denken sie sich so, ach was soll das denn geloopt. Ach du Schatt. Ich kann das aber nicht weiter äh Ding spielen. Was? Haben sie anscheinend aber nicht so viel gelootet. Ja. 36er Headshot. Schön. Hat der noch Schild? Ja. Oder hat er überhaupt Glück? Ja. Jetzt hat er keinen Schild. Er hat One-Hit. Ich hab ihn auf 30 HP oder so runter. Also hättest du ihn nicht gekillt, hätte ich nicht weiter gewusst. Weil ich hab ihn locker. Ich hab ihn auf 30 HP oder so runter. 3,30 auf Weißleife halt. Kennt man ja. Kommst du mal rein. Ein bisschen mehr Schutz. Der denkt sich so, ach du Scheiße was für Nose-Kids töten mich. Ich kann mir den Weg geben. Wow. Danke, dass ich viel weniger HP hab als du. Habe ich ja grad noch hingehört. Der hatte kein Team-Mate. Doch, hatte der. Ach. Ach. Der war ja finished direkt, oder? Nee, er war direkt nicht finished. Ach du Scheiße. Ey, ich hab ein Flirrp mehr ein bisschen. Oh Gott. Ich hab einen Schuss gehört. War ich. Ach okay. Wird nur frei. Wollen wir in die Plone gehen? Ja. So, nochmal schnell hier vorne die letzte Kiste. Kannst du mitnehmen? Kannst du mitnehmen? Ich hab Taschenriss. Ich hab Wechser voll. Alles klar. Ja. Ich hab mir einfach extra diesen Emote rausgeholt. Diesen Yeah? Yeah. Ich glaub den hab ich auch. Den hast du ja auch. Weißt du, ich glaub das liegt daran, weil ich mir nicht den Battle Pass gekauft habe. Was? Dass du nicht so weit vorankommst. Weil, letztes Season, als ich den Battle Pass habe, hatte. Haben wir uns ja gegenseitig gepusht. Ja, da haben wir beide hundert Dings bekommen. Jeweils hundert Prozent ungefähr. Ja. Und vorletzte Season auch. Und diesen Season hast du ja nicht gekauft und dadurch geht's bei mir viel langsamer. Und zwar sehr langsam. Ich bin ja Stufe 52 oder so. So, meine Theorie wäre eigentlich, dass halt eben keinen Bock hast, ohne mich zu spielen. Aber... Ich hab seit der Zeit auch eigentlich ein bisschen kein Bock, also... Ist auch ein Grund. Dann wär ich... Hättest du den Boost, wär ich vielleicht... ... sehr wie 70. So rum. Ich hab... Mit Boost. Ich hab ja für mich selbst 30% Boost. Soll... Airstrike. Willst du haben? Nee. Last Zone ist gut. Okay. Nur weil du... Weil da kannst du halt eben die Gegner einfach einbomben. Wenn ich ne Sniper hab, ersetz ich aber den Airstrike. Okay? Ja. Also mir ist das eigentlich egal. Boah, Alter. Ich hab im Coin Master über 50 Millionen Coins. So, jetzt böse, wenn ich dich angreifen würde. Äh, herrscht ja keine Werbung. Wir kriegen auch kein Geld dafür, also... Spielt nicht Coin Master. Was denn? Ich darf keine... Ich soll ja keine Werbung einbauen, also... Sätt sich noch nicht sein. Du darfst keine Werbung machen und auch kein Hate an die Werbung. Das ist halt irgendeine Stimme. Ach, man darf auch kein Hate machen? Nee. Scheiße. Ist ja komplett der Sozial... Lol, siehst du das hier? Was? Hier vorne bei mir. Was ist der? Wiehst du das? Ja. Können wir die Pump tauschen? Ich hab eine Check. Okay. Wo bist du? Du bist ja schon viel... Okay. Ich brauch auch nur mal so ein paar Mets, also... Ja, okay. Ich hab Mets voll. Leider nur grün. Sorry. Ich hab vorhin aber auf jeden Fall schon meinen Snipperschuss gehört. Und ich gesehen. Ähm... Paul. Guck mal, wo ich hingucke. Ach du Scheiße. Nicht anschießen. Einer ist runtergefallen. Ja, aber es geht nichts im Chat. Ach so. Uh. Du. Du hast wahrscheinlich schon so eine Ziplein genommen. Du. Du. musst ich grad Haar füllen. Gegner. Von da. Von hinten werden wir gesnabt. Hier dran bei mir. Was zum Fick baute, Alter. Oh, Torben, komm mal schnell hier rein. Wir kommen hier grad nicht rein. Einser Erfindung haben sie. Hab ein... Ein HP! Ein HP! Torben, hier oben ist Mekrit. Ach, man bekommt ja in dem Modus ja 50 Leben, wenn man jemanden killt. Ja doch schon wieder Gegner. Wenn ihr Mekrit. Wir sind grad voll im Kampf. Ja. Ja. Aber wie ich den einfach mit ein HP überlebt hab. Kannst du mir ein bisschen, äh, denkst du mir nichts umgeben? Welcher? Äh, hier. Äh, Rocket. Hab ich nicht. Schade. Ich bin Metz. Also jetzt haben wir beide einen kill. Ja, ich guck grad wegen Waffen nochmal. Wem hast du Sniper-Munition? Sniper-Munition? Ja, ich hab selbst einen Sniper. 6, 20. Oh, ich hatte nur einen. Schwitzer-Alarm. Ja, okay, der hat sich verpässt. Kann man bitte dieser eine Schwanz aufhören, mich die ganze Zeit zu snipen? Ich glaub von da vorne. Hier vorne das Jump-Head müssen wir erstmal benutzen. Junge! Nein! Aufm Berg. Hier gegenüber direkt. Geradeaus in die Richtung, wo ich gucke. Tauben, wir müssen dann so fort das Jump-Head neben dir benutzen. Ja. Der wohne neben mir. Ja. Ach, hinter. Etwa hier oben drauf. Ich bin grad schon wieder, oder was mag? Ich wurde aus der Luft geholt. Holt. Hol mich nicht. Ich kann das Hand nehmen. Nein! Ah. Du hast mich blockiert. Entschuldigung. Sorry, dass ich so dumm für dieses Scheiß-Game bin. Ja, dann hat's wahrscheinlich, Blaumütz, diese dumme Hure. Ja, sorry, dass ich so dumm für diese Scheiße bin. Weißt du, Torben? Blaumütz ist... Blaumütz wird Season 2 hinzugefügt. Es ist einfach eine Fassung. Wieso kriegen wir eigentlich nur OG? Kommt's vielleicht, weil wir im Endgame sind, dass wir so viel OG treffen? Nein, ich bin jetzt Division 5. Ach, dann mach mich zum Anführer und beende doch das Match. Mach mich zum Anführer der Gruppe. Wenn du Division 5 bist. Weil ich bin auf 4. jetzt mach bereit. Ich brauche... ich brauche... ich brauche... ich brauche... 14. 20. Wurde wollen wir lieber 2 Uhr machen. Ja... Ich hab irgendwie Bock, heute ein bisschen durchzusuchten. Du auch? Ja. Was denkst du, wie weit schaffen wir, für so lustige Spieler wie wir in Arena-Modus? Aber, Paul, was mir auffällt... Also, wo mein Skill sich am meisten verbessert hat, war in dieser Season. Vom Bauen her. Vom Bauen her habe ich in dieser Season am meisten gelernt. Stimmt's? John, du fick, ey! Season 3-Spieler! Mathe-Lehren! Hi! Headshot, Headshot, Headshot! Obwohl sie läuft! Ist klar! Spiel wird einfach hart und fair! Und, wie war das Life Event? Geil! Und? Völlig beschissen! Naja... Warum? Es war eigentlich ein normales Event. Nichts spektakuläres halt. Nein, das war völlig beschissen. Warum denn? Ja, das Monster hat so einmal auf die Schnauze bekommen, dann hat der Roboter gehackt und... Mhm. Der hat die Kraft... Der hat nämlich einfach aus Loot Lake... ...ne Kugel geklappt. Aus Loot Lake... ...ne Kugel genommen und hat das Monster damit einfach noch schlagen. Und dann nochmal mit einem Messer... ...Messenschwert einfach oben drauf. In der Rücken rein. So ne Dreckige Missgeburt. Ich hätt gern selber beim Messer, wenn ich mitge... Wir konnten ja leider nicht streamen, weil die ganzen Server überlastet waren. Ja... Ich hab ja ein Video gemacht. Aber ich hab's auf Video, Paul. Video kann man... Konnte ich machen. Nur streamen nicht. Ja. Also könnt ihr morgen auf meinem Kanal sehen, ich bin übrigens grad live. Schon seit über 3 Stunden. Mhm. Und wird wahrscheinlich noch länger live sein. 2 Uhr oder so. Aber die Gegner vorhin haben... Weißt du, wir haben gerade die ganze Zeit diesen 2 Spieler gesehen. Mhm. Und raten wir noch... Ich hoffe, ich hoffe, ich muss noch mal nicht. Wie beim Mayo Event. Es ist nicht wieder morgen. Doch. Wir haben schon eine Uhr. Ja, wir haben Sonntag. Übrigens, heute Nachmittag kann ich nicht spielen. Warum nicht? beziehungsweise die nächste ganze woche lang nicht mehr was das geile ist nächste woche kommt es der casino update raus schon auch dienstag ja dienstag soll es kommen in gta 5 und paul soll ich sagen was der ganz behinderte ist gta 4 in gta 5 online soll ich dir sagen was der schlimme bei mir ist welche dank wann ich in den urlaub fahre nächste woche wenn sie wenn es diesen zehn rauskommt da kann ich noch alles schreiben und schicken ich brauche geld und deswegen machen wir vielleicht heute heute morgen ich habe immer gegen die freunde von meinem vater fifa und geld und gewinner und immer so verdiene ich mein teils geld und dem fakt was war das platz und bach ich war gerade in der laterne drin ich kann leider so kein geld mitzwecken ich spiele immer gegen die freunde von meinem vater fifa ist easy aber paul wir müssen auch gleich wieder richtung sohn ich habe für dich um in den jungen zu gehen ich brauche nur ein bg wenn ich kann ich in den momentan ruhig haben nicht wundern wir spielen gerade übrigens als noten kommt kommt dann auch noch mal gleich gefordert ich bin nicht ich guck mir zu so kann ich ja meinen karten wir spielen arena modus 170 punkte und da von denen ich habe ich gerade ein paar 100 100 100 183 eigentlich kann ich sehr sehr nix auf der fahrer wir pissen heute ich gehe auf der fahrer raus ja ja danke bis schon dann paul brauchst du einen minigang ne brauche ich nicht das sind die sohn ja geil die sonst wieder am arsch der welt am oberst der welt hast du wenigstens dinge ich habe das herrscht was denn pepperoni wo ich muss gerade erstmal auf toilette kommen sofort zu mir warum ich baue halbe skybase und dann jump pad warum muss ich genau jetzt pinkeln sprinte doch ich muss jetzt entweder auf toilette gehen oder ich verspreche meine hosen 11 davon ist noch eine kiste bist du blind hör auf mich anzuschießen das verschwende ist doch nur deine scheiß position dann sagt mir wo wir hin wollen zwischen heute und berg und dem berg hier ja vielleicht muss ich hat wissen alter ich kann nicht laufen nein ich muss jetzt durchfälle lass einfach in die zone und knapp in der zone dann einfach kenten muss ich ja okay ich gehe ich gehe vorne ins haus dann gehe ich aber schnell auf künkeln okay ich komme dann hinterher und pass auf dich auf hier ist ein gegner drin ach du scheiße ich muss doch gerade verpüsst dich schießen welche ziele und sofort zwei leute man verpüsst euch doch mal ich muss hart winkeln 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 wieso ich habe die ganze zeit auf abbrechen gedrückt dieser aber wenigstens habe ich noch ein kabel kann man ist doch scheiß alter ich habe ein kabel kommen dann haben wir wenigstens die punkte dafür bekommen was bringt mir das ich krieg nicht die punkte du hast ihn nicht bekommen nein ich bin stufe 54 fisch after burner warum müssen wir genau da jetzt scheiß maids sein dann geh jetzt pinkeln neun punkte dann bin ich aufgewischen fünf ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich muss nur mal schnell meinen bericht hat verbessern abnimmig grad 25.000 lassen im arsch der welt land aber okay ich bin glas zettel auf dem handy also ich auch spielst du gerade ein spiel wo man ja wenn ich zeit hat und quasi eigentlich auf zeit spielt und dadurch eigentlich nicht so richtig auf ordner dachten kann ich spiele eigentlich gerade so wenigstens cash royal apex mobile nein gibt es noch nicht schade eigentlich wäre richtig geil stimmt jetzt mal im ernst zu viele ich verliere zwei punkte ich noch ein der sogar drei wird ja immer schwieriger für dich wenn ich dann auch die ganze zeit so eine dingsspieler kriege schwitzer og spieler ja brauche ich eigentlich nicht mehr dings zu spielen alleine mein handy irritiert gerade muss gerade eigentlich auf dem handy achten weiß wichtiger ist was spielst du denn gerade ich weiß nicht irgend so ein live spielen es ist online ich habe irgendwie so ein kleines spiel hat es mit geld stehen zu tun vielleicht wenn du nicht mehr so ein kleines spielst du weißt du weißt dass ich das du eh pleite bist denn den Nein, bin ich nicht. Wirklich nicht? Oh Gott, das Holzkästchen. Ach, du spielst gerade Coin Master? China, die Sachen. Vier Sterne. Wow. Ich glaube, das habe ich schon fertig. Das Bundle. Ich bin ja auch bei 1750. Kannst du fahren? Oh, ich habe einen Fox-Digel bekommen. Habe ich auch schon. Ach, du hast das Endlich. Das ist krank. Aber nutzt nicht das Futter. Weißt du, wie selten das ist? Nutz es, wenn du 1000 Drehs oder so hast. Okay. Das trinkt mir überhaupt, Foxy. Gib dann, wenn du... Dings hast. Wenn du... Überfall hast. Wo du jeden bekommen kannst. Irgendeinen zufälligen, auch Freunde. Wie fahre ich? Ich bin voll im Kürz. Weil ich auf dem Handy achte. Ich achte gerade auch auf mein Handy. Ich grade gerade schon mein Dorf ab. Welches Dorf bist du? Dorf 4. Dorf 50 oder so. Und du musst dir bedenken, die Dörfer sind immer teurer. Ich brauche teilweise 300.000, um ein Dorf abzugraden. Ich will mir noch den Biggie gönnen. Mach. Ich hau so lange noch auf mein Handy. Ich guck mal, ob ich dich angreifen kann. Nein, mach nicht. Und wenn ich's mache? Ich hab 50 von 50. Und 120, Alter. Komm bitte. Okay, gut. Gut, 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 gut. Wow, ich hatte gerade... Ich muss ein paar Angriffe machen und bin... Hab bekommen 800 Drehs, also... Ist die Stadt zu groß, Megamall, oder passt schon? Alter, ich hab gerade von einem Typen einfach sein komplettes Scheißgeld geglaubt. Ja. Und soll ich dir sagen? Ach, Alter, nehm, ein... Das dumme ist, man bekommt Coins, wenn man verkackt. Und wenn man gewinnt, bekommt man noch mehr Coins. Echt realistisch. Alter, Fox, die hat mir einfach gerade... Gold gebracht. Ich weiß. Hast du Futter benutzt? Weißt du, dass Futter selten ist? Was? Musste ich, ja. Futter scheiße selten in dem Spiel. Ich musste Futter benutzen. Ich hab 10 Futter, ich nutze den nur, wenn ich übelst viele Drehs hab, weil sonst bringt das nichts. Alter, Junge. Das hast du doch schon wieder gemacht. Auf'm Handy geachtet. Wow, also ich kann... Ich kann nicht wirklich sehr gut rechnen. Ich könnte einfach von einer Freundin ein Dorf angreifen. Ja, du könntest auch von mir ein Dorf angreifen. Dein Dorf kann ich nicht angreifen. Kannst du mich angreifen? Ich glaube, ich hab noch 2 Millionen übrig oder so. Ich kann gar keinen angreifen. Paul, ich hab grad 2 Millionen oder so. Und bitte? Och, der Wixler fehlt. Paul, vor 10 Minuten, soll ich dir sagen, was du da machen könntest? Hättest machen können? Da hatte ich 10 Millionen auf dem Konto. Ne, 200 Millionen. 200 Millionen. So viel braucht man, um bei mir ein Dorf halb zur Hälfte abzugreifen. Dann weißt du, wie teuer es wird. 200 Millionen, um ein halbes Dorf abzugreifen. Du brauchst mittlerweile teilweise eine halbe Million. Ich hatte schon 72 Millionen. Scheiße, ich hab keine Drehs mehr. Scheiße, ich hab keine Drehs mehr. Die sind beide auf mich gegangen. Ich bin tot. Jetzt kann ich mobile zocken, weil ich ja... Weil wir jetzt was haben. Wir haben so keinen Loot und was hab ich? Graue Pump und graue AR. Goldene Sniper am Arsch, Alter. Ach, deswegen hat er mich grad gesnipet. Asozial von ihm. Oh, und oh. Ich hab's ja schon drei Stück, aber... Wir fehlen zehn Punkte bis Anwärter. Bis Division 5. Mir fehlen 46 Punkte. Ja, bis Division 6. Mal ganz kurz nachschauen. Wie viel verliere ich in meiner Division? Drei. Oder? Äh, steht hier nicht. Doch, jetzt, ja. Ich glaube, ich verliere nur zwei. Geil. Jetzt habt ihr eine Mölle. Wow, ich hatte mal... ...ne halbe Milliarde. Hm. Hm. Alter, wie viel schlecht will ich denn noch ziehen, ey? Ich hab' gerade zwei Mölle bekommen. Nächstes ist zehn Mölle. Kommt. Genau. Ich glaube, wir streamst immer noch. Ist das klar, oder? Echt? Ja. Ich wollte dich eigentlich nur pranken. ja gut du streamst wirst du dumm junge jetzt wissen alle dass ich Pornos gucke hättest du es mal lieber nicht gesagt würde es auch keine erfahren ich könnte dir sogar die Seite sagen nein das machst du jetzt immer bitte nicht halt die Friste ich will nicht dass du gebannt wirst wegen dass ich sage wie eine Pornos Seite heißt ich kann sagen, du Porn, Pornohirsch, kann alles sagen und ja das waren halt Pornoseiten das zu Thema du mir aber einfach sagst, Alter was für ein Thema du mir einfach gerade sagst oh nach 10 Jahren greife ich mal wieder einen Menschen an ich halte mal den Dino hin ok Paul was denn? dürfte ich einen fiesen dürfte ich einen fiesen deine Mutter Witz sagen zu dir oder lieber nicht? lieber nicht, sonst kriegst du noch Aufschnauze ich mach einfach deine Freundin Witz hab ich jetzt einfach so davon wenn du sie jetzt beleidigst, ich werde sie kurz erwarten, halt dein was ist der Unterschied zwischen dir und Frau und und Katja Krasawitz du hast Sex, Frau Katja Krasawitz hat Sex, du nicht ich bin auch erst 13 voll cute ja es gibt doch Leute, die mit 13 6 haben ich will nichts sagen aber es ähnelt an mir wow nein, Torben, du lügst ich hatte schon mal so nein, hast du nicht Torben, lügst du mich an? nein doch ja, mit 14 aber trotzdem Torben, lügst mich immer noch nicht an das haben jetzt alle Gegner gerade schön gemacht und das nicht hast du geschossen? ja jetzt wissen alle, dass ich einen Granatenwerfer im Winter habe ja willst du den haben? hast du den gerade, den einen Granat von mir gestohlen? nee, den habe ich mir selber geholt kann frisch haben frisch aber nicht alles klar morgen morgen werde ich noch nicht machen, bin schon ums 2 Uhr wir haben noch nicht mehr bis 1 Uhr gespielt ja das ist schon ein bisschen traurig musst du jetzt off oder wie? nee sondern wow was tausend Punkte Paul komm mal zu mir, schenk dir ein upgrade deiner Waffe ich schenk dir kein upgrade ich meine hier ist das ein upgrade? ja, ich gebe dir aber nicht meine neue Waffe Sniper rat mal welche goldene nein nein ich habe gesagt welche nicht welche Farbe ich habe gerade ja rocket launcher gold und lederne heavy sniper ähm eins brauche ich dann aber weil wenn man beide sein einspieler ist glaube ich ein bisschen nervig im match bitte eins von beiden wenig ne mich nicht ok dann spiele ich mit der hier mit der schlechtesten Sniper auf jeden Fall oder oder wer wird nur ein spiel mit mini tank die waffe ist scheiße hätte ich nicht erwartet wow ja wow goldene Revolver ich glaube ich habe so mehr Glück du weißt dass Revolver scheiße ist oder? ja die Farbe stimmt zwar aber die Waffe nicht die Farbe stimmt nicht ihren Wert bei dir ist ein Erdbeben? 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 schade hab nämlich gefurzt hohohoho dein Ernst an alle weiblichen Zuschauer nein ich bin nicht so ein Mensch die könnten mich gerne besuchen und ihr wisst ja was er vor hat in Klammer Schmutz 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 musst du musst gerade du sagen Was hast du vorhin gesagt? Was meinst du, jetzt mit den Pornos oder was? Nein, du sagst zu mir ja, äh, Schmutz, Schmutz. Weißt du nicht, was ich damit meine? Doch, weiß ich. Aber wir wissen, was beinahe sind jetzt der, der schmutzige. Er hat sogar für die Wirklichkeit Sport. Was? Aua. Was? Alter, wenn ich so laufe in der Zone. Das Spiel denkt, dass ich immer noch in der Zone bin. Stimmt, bei mir auch. Oh, scheiße, ich hab zwei Schaden bekommen. Ich hab gar keinen Schaden bekommen. Oh, hier vorne ist Dings. Hört grad schon Gleiter sagen. Paul, ich, sorry, du siehst grad, dass ich ein bisschen weggehe, ähm, Fortbeiz. Was? Zugang, indem du das, die Druckplatten, oh. Du, hier ist irgend so ein Rätsel. Ach, ein Item auf die Druckplatte. Ja. Da, ich mit dem Fahrzeug raus. Ja, geh weg. Danke. Wollen wir den Dude Swap noch gönnen? Ja, gerne. Komm rein. Und danke für den Fortbeiz, Paul. Dass du mir geholfen hast. Ja, doch. Gerne. Ach, ich hab nur 198 Leben, also. Oh nein, jetzt, jetzt hab ich grad den Bug. Was? Jetzt steht bei mir die ganze Zeit, you are in the storm, run. Nein. Siehst du's bei dir auch? Nee. Sorry, ich musste. Soll ich? Dann kann sie auch keinen Gegner haben, wenn ich sie nutze. Nicht aus der Map fliegen. Mach ich auch nicht absätzlich. Ich bin schon Viereck bereit dann. Du weißt ja, ich hab Legendary's gehabt. Hast Lutjob genommen einfach. Braust du Rocket Money? Nur so dumm? Ja. Ich hab welche. Ich hab welche. Ja, wir sind in der Zone. Und das Fahrzeug. Ist leicht kaputt. Wow. Sind da welche? Eine Ahnung. Ich seh einen. Oder? Aber der ist schon ausreichend. nicht weiter. Ja, okay. Ich seh ihn auch. Ja, okay. Jetzt ist bei mir auch aus der Reinheitung. Da hat er gerade versucht, da reinzuschneifen. Da unten. Da unten. Ich schieße ihn nicht mehr. Ich schieße ihn nicht mehr anschießen jetzt. Ich will gar keinen mehr anschießen. Zu spät. Ich hab schon auf einmal auf den geschossen. da unten. Junge. Jetzt schieß nicht auf den. Ich schieße auf die, die da ganz hinten. Schade. Ich hätte gerade fast hingetroffen. Soll ich ja meine Rockets reinschießen? Wir haben Hype bekommen. Ja. Da kommt wer von hinten. Danke. Wahrscheinlich, Alter. Halt doch die Schnauze. Hab High ground. Oder doch nicht mehr. What the fuck? Der hat gerade mir zwei Siege-Hits hintereinander gegeben. Was hat denn ein Aim mit der Diegel? Achtung. Der gibt dir gleich zwei Diegel-Headshots hintereinander. Sofort. Passt auf. Scheiße, ich kann gerne eine Karte nicht holen. Ich dachte gerade der Dainbot. Der hat einfach zweimal sofort getroffen. Soll ich vielleicht mal den Baum zu kaputt machen? Mach mal. Dann kriegt er auch ein paar Metz. Ich hab ihn gerade gehört. Spring doch du völlige Missgeburt! Drück die ganze Zeit auf springen, Alter! Der springt einen halben Zentimeter! Wenn man spamt, springt der auch nur einen halben Zentimeter. Ich hab noch nicht gespamt! Komm halt doch die Fresse! Ich spiel's doch einfach hart, also tja, verkackt! Wollen wir doch um ein Uhr morgens aufhören. Nein, wir spielen unten. Wir spielen bis 2 Uhr. Natürlich, jetzt hab ich auch das nicht mehr geschafft. Ja, jetzt hab ich eine neue Spitzhacke, weil ich Stufe 55 bin. Och, 6 Punkte und dann bin ich auch nächste Liga. Das wird noch gespitzter. Ja. Wir fehlen 43 Punkte, wenn ich nächste Liga. Geile Handy hat nur noch 5%. Meins hat... Wie viel Prozent? Meins hat 27. Na komm, drehen wir mal so ein paar Runden. Natürlich muss ich aber auch genau jetzt so ein Scheiß-Tack haben. Was? Wer ist das? Was? ich lade die ganze zeit mit perfekten die aufwärter wächst noch mal eine scheiß für zack junger und nein habe ich immer noch auf zufällig ja ja und jetzt sind wir beide mal die gleichen skins holen wir ja okay Paul, soll ich dir sagen, wenn wir bis 2 Uhr streamen, habe ich insgesamt 5 Stunden durchgestreamt. Könnt ihr mal da aufhören, über mir rumzuquietschen? Hört man es, Paul? Nein. Zum Glück. Die über mir machen, glaube ich, gerade rum. Die Nachbarn. Und Paul, ich habe den falschen Hängegleiter. Warum bist du so ein dummes Stück Scheiße? Ich habe einen Siegleiter von Fiesen 8. Was? Ich habe den Hängegleiter nur von Fiesen 8. Nur? Ich habe den Siegleiter von, äh, ich habe den Hängegleiter von Season 0. Und den Almako-Gleiter. Hast du nicht? Doch, auf jeden Fall von meinem Bruder. Okay. Ich habe eine epische Sniper. Und, loy, hier war ein Fortbyte. Gar nicht gemerkt beim letzten Mal hier in der Stadt. Aber geil, Fortbytes eingesammelt. Kann man eigentlich immer die gleichen Fortbytes einsammeln? Nein, es sind immer andere. Wow, ich habe zwei Waffen. Eine AK und eine epische Sniper. Und jetzt eine grüne AR, weil da geht es mir eigentlich bloß um die Sigma. Und die schlechteste Pumka- und die schlechteste Shotgun im ganzen Spiel. Du weißt schon welche, oder? Ich hab schon. Die graue da, diese eine. Anstatt dass ich mich einfach eine Kugel rausnehme. Wir haben ja schon No-Scan, also müssen wir ein bisschen verwirrt rumlaufen. Ich kann sogar einstellen, dass ich normal laufe, also nicht renne, sondern... Ich weiß wirklich, wie ich hier wohl kam, so. Ich schüre. Junge, ist klar! Achtung, Schwitzer! Könnte Aim-Bot haben. Spaß, aber... Da kommt auch einer direkt hoch zu dir, also... Mann, ihr seid doch so ne Pussis! Genau, die hat mich auch gekillt. Ihr könnt doch nichts! Reporter zwei der hohen Söhne. Okay. Für was? Cheaten. Aim-Bot. Die hat mir einfach sofort nen Headshot gedrückt, der Wichser. Nein, das geschafft. Was? Nee. Ich gehört. Was soll ich denn hören? Hast du schon nicht den Knall gehört? Nee. Ich hab nämlich gerade volle Knalle... Äh... Volle Kan... Junge, ich kann heute kein Deutsch mal. Volle Kan... Ich bin jetzt mit meinem Tablet gegen meinen Controller geschlagen. Ist dein Tablet kaputt? Nein. Aber mein Controller gleich. Scheiße. Ich hab zum Glück zwei Controller. Ich hab mich mit dem Photoshop... Ich hab mich mit dem Knall. Das ist die Liste. Was es ist jeder? Wer ist ich von euch? Wer ist du? Ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland, der ich bin der erste. Ich kann dich mit dem Hammer. Ja, ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland. Pau, ihr in Berlin habt ja schon Sommerferien, weißt du was wir haben? Immer noch Schule. Wir haben noch eine Woche lang Schule, hier in Bayern. Also, morgen muss ich dann in die Schule. Und als ob hier fast jeder Nosekin spielt. Also, wir haben noch eine Woche lang, wir haben noch eine Woche lang. dann gegner da doch nicht ich glaube nur einer glaub ja einer also am besten direkt eine waffe ich hab grad ein zweier team ausgelöscht die sind ohne waffe auf mich los mit spitzhacke sowieso ein richtiges aber guck mal mein leben an die haben mir zwei hits gegeben weil ich bin direkt an der waffe gelandet die sind direkt bei mir gelandet und naja ich war als erstes bei der waffe und mein vorteil stimmt ja also sein vorteil anstatt sie nicht einfach weggerannt sind die sind auf mich los den einen habe ich erst mal drei hits gegeben weil weg wegen ak halt graue und die andere war auch weg jetzt habe ich ein double kill einfach so easy geschenkt bekommen ich hab das nur für ein euro ich habe einfach den einsprach wohl noch gesehen und hast auch die skins gesehen wo er bomber so gut hast du den gefällt was ist mein skin wie das ist ein skin weil ich die habe auch junge freien scammer so gut ich habe da Aber ich führe jetzt mehr so extra auf Noob. Die Fresse, du kriegst es doch nicht. Die hat jetzt echt nichts drin. Jetzt wird es nicht mehr so richtig. Und jetzt kann ich den Fresse einstellen. Ich weiß nicht, dass wir das nicht mehr so schön sind. bitte einfach und ich hätte jetzt diesen lachen mode hier sind wir aber so hart auf die schnauze braun wieso wo ich muss mit der losten waffen spielen habe keine munition wenn du mich abhattest ich hab nichts gesagt habe nur gesehen dass nun nicht fahren kann ach ich höre mein vater sagt nicht dass das heißt ich muss auf neustadt bus wurde frisch benutzt und die gegner höre ich auch noch oben auf dem berg damit steigt doch aus der politik die fahr bei mir verpackt ich versuche halt irgendwie nicht zu nerven achtung von oben kann hier hat keiner geben gerade wenn man gedaunt ist diese poste alter den muss man sich kaufen der bruder ford macht einfach keinen spaß ausmacht installiert einfach wieder gleich nein die installiert doch nicht junge wenn ich die ganze zeit reken expert style trooper ghoul trooper kriege dann habe ich auch keinen bock mehr auf fort nein dann verkauf deinen account wenigstens bekommst du mir so ne cash so wir finden es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. jetzt verliere ich sogar noch mehr als ich kriege wie viel verlierst du denn wie viel sollt ihr raten 174 178 hey du hast 10 mehr als ich habe 168 warum habe ich gerade schon wieder ein ausgang gesehen gehen viele nach dem lucky ja zwei teams wollen wir hier bei mir ist direkt in der tankstelle und dann dass so ein bisschen schlechthin ja ich habe kein gut und da vorne gegner paul kommt zu mir runter so haben wir von munition paul hier sind noch mal vier munition mehr weg 100 ich habe noch die börse smg aber die brauche ich selber paul hier ist ein lama übrigens auf diesem gebäude hier wenn ich nicht blind bin ja gib mir aber ein paar von den mats ab ich habe keine mats bekommen danke paul mini wenn ihr ich habe wieder ein fort bei tier drängen übrigens gerade gefunden was ist du ja genau vorsehen auf schießen gegangen hast du dich gerade selbst für dich selbst erschrocken ein bisschen da ist man im fischer und der stelle wieder komplett ich habe im fischer da ist mir nicht raus offiziell kannst du nicht editieren oder warum Du gehst einfach runter bei dieser leckeren pump ich hasse diese pump und beim bg der traf ich jeden schuss ja bei dem bg kann ich gehen kommst du mit ja und wieso hast du den bg da gelassen keine ahnung wollte irgendwie keinen platz weit machen die wind oben die wind auf dem dach sogar noch einer der den schnitzer hat wahrscheinlich ja halt auf die fresse alter ich gebe ihm so viele hits ich habe ihnen 100 verheirat gegeben ja diese poste alter kann doch gar nichts wow sie ist doch meine ich der kann nichts wow wenn die campen 6 gilt weiß sie wie hat der weg geschaffen weiß ich habe den einen typen einen 125er gegeben ja das ist mit einem headshot mit einer blauen doch einfach unfair wow lasst uns versuchen dass wir beide wenigstens division 5 sind dass ich noch division 5 werde und dann lasst uns aufgehen ok nein wir spielen noch bis 2 uhr dann bis 2 uhr das hat mir vor einer stunde eine einladung geschickt das ist eine menge zum hohen spielen eigentlich noch das ist eine menge zum hohen wir können wir nicht nach dieser wohnung muss ich definitiv erst nach hause machen beziehungsweise zu schlafen sonst ist diese controller komplett kaputt dein ernst ist kein witz dieser zerstörte controller busfahrt 2 euro 1 euro ok guter ort dann wahrscheinlich 500 gehörer ein bisschen kaputt was hat er für eine macke er hat keine macke er hat jetzt hier so ein teil innen drin die taste reingedrückt oder wie nein nicht die taste hier so ausmussdinger beziehungsweise dass das ganze ding hält bis jetzt komplett im marsch das ist jetzt so reingedrückt aber wenn ich einfach noch mal auf den boden schlage automatisch reserviert uns eigentlich immer funktioniert ist egal was der automat hat in dem moment automatisch gewechselt wo ich die waffe genommen habe und jetzt habe ich diesen granaten werfer diesen neunen da so eine granate ist doch eigentlich komplett geil da war auch eine pump drange eine goldene diese ich finde die gut ich habe schüsse gesehen warst du das ja ich werfe noch nicht mal diese wichse ich schlag nur auf meinen controller wirst du gerade den beginn nehmen ja nein es ist jetzt reicht sich einfach dieses scheiß ding aus jetzt heißt es mir was hat sogar drauf gerissen ich reiß gerade den schuss aus ich denke kontrol oder kabel oder wie oh mein gott paul du darfst den granatenwerfer haben bin ich ehrenmann darauf du darfst den no encima du darfst den Was? Ja. Okay, ich bin das Game. Ich hab keinen Bock mehr. Du? Paul? Ich glaube, er hat dein Fortnite geschrottet. Nein. Und schon, ob er einfach Karte bilden wird. Ja. Komm, Bruder. Ja, mein Vater. Mach aus, Leute. Sorry. Ich muss mal kurz runter. Mein Vater. Sag, Bruder. Ich glaube, ich habe ihn auf dem Weg runter. Ich hoffe, es hat ihn auf dem Weg runter. Ich hoffe, es hat ihn auf dem Weg runter. Ich hoffe, es hat er nicht gefallen. So, wenn uns gearsstelle, Oh mein Gott, das wird dumm, dein Handy kommt dann Leute, das war's mit den Spielen, weil es sich aussieht wie an den Spielen und ich hab eigentlich auch keinen Bock, also, Schau Leute! Das war's mit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020